Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPBW, die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Und ihr hört es mir vielleicht an, ich freue mich total, das zu sagen. Denn, ach, komme ich später zu. Erstmal begrüße ich hier meinen Kollegen, die nichtbärtige Hälfte von Trek am Dienstag. Sebastian, schöne Grüße nach Lüdenscheid. Gut dich zu sehen. Na, Abend, Simon, schön dich zu sehen. Da habe ich mich tatsächlich vor über einer Woche das letzte Mal rasiert, aber du kennst das ja bei mir. Ich kann machen, was ich will. Das sieht einfach erbärmlich aus. Die Qualität ist heute ganz, ganz komisch. Wir haben ja so eine Software, mit der wir verbunden sind, wenn wir hier das Ganze aufnehmen und sehen uns immer. Ja, so auf der Kamera. Und in den letzten Wochen ist irgendwie Verbindung nicht die allerbeste. Und das wirkt sich auch irgendwie aufs Bild aus, wie das wohl kommt. Ich weiß auch nicht. Wir sind jetzt auch auf einem russischen Server, ja. Das ist ohne Scheiß. Wir sind wirklich auf einem russischen Server. Wenn wir Präsident von Amerika wären, wir würden jetzt ein Amtserhebungs-, ein Podcast-Erhebungsverfahren, Erhebungsverfahren, würden wir angehängt bekommen. Ja, genau. Wegen der Russian Connection. Die Russian Connection, ja. Nicht, dass uns das irgendwann nochmal in den Arsch beißt, Sebastian. Nein, das wollen wir nicht. Simon, wie ist es dir? Lange nicht gesehen. Ja, lange, lange, lange nicht gesehen. Wir hatten jetzt echt eine, muss man auch wirklich sagen, ein bisschen unfreiwillige Aufnahmepause. Ihr da draußen kriegt davon natürlich nichts mit, weil wir kommen ja jeden Dienstag. Das kriegen wir irgendwie hin. Aber wir waren schon, wir hatten so ein paar Folgen aufgenommen und dachten so, ach Mensch, Weihnachten wird aber entspannend. Ja, da haben wir jetzt so schön, haben wir ordentlich was auf Halde. Und dann sind einfach diverse Dinge sind passiert. Vor allem beruflich, aber auch persönlich. Ich kenne bei Bekannten von mir, die einfach scheiße waren. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Also keine Sorge, ist auch alles wieder gut. Wir haben natürlich alles irgendwie wieder hingekriegt, zumindest die beruflichen Dinge. Aber das hat echt dazu geführt, dass ich in den letzten zwei Wochen, ich wollte so gerne mit dir diesen Podcast aufnehmen, Sebastian. Ich war einfach nicht in der Lage dazu. Ja, ach, aber solche Sachen passieren einfach mal. Und dafür sind wir ja die großen Vorproduzierer, dass wir uns das auch mal leisten können, dass einfach Dinge passieren. Ja, andere Podcasts fallen dann aus. Auch andere, die ich so höre, auch große, richtig große Podcasts fallen dann aus. Aber wir geben uns ja immer noch diese Vorproduktionsmühe, dass wir wirklich den Dienstag euch versüßen können. Und es ist aber auch, ich muss sagen, Simon, ich habe dich schwer vermisst. Es ist schön, dich zu sehen. Und ich glaube, das wird jetzt eine ganz besondere Sache, mal wieder über Star Trek zu reden, nach einer längeren Abstinenz irgendwie. Das Gefühl habe ich auch. Wir haben ja auch eine wirklich besondere Folge. Wenn ich jetzt sage, tolle Folge, dann würde ich ja spoilern. Oder eine schlechte Folge oder sowas. Wir haben auf jeden Fall eine besondere Folge heute, auf die ich mich auch wirklich gefreut habe, muss ich sagen. Jetzt so in der zweiten Staffel, da gab es ja auch durchaus ein paar durchwachsene Geschichten wieder. Aber das ist so eine Folge, die behält man einfach in Erinnerung. Und da freue ich mich tierisch drauf. Aber bevor wir darüber sprechen, Sebastian, jetzt habe ich ja ein bisschen erzählt von meinen chaotischen Wochen. Wie ist es denn dir so ergangen? Mir ist es soweit ganz gut gegangen. Auch viel zu tun, aber nicht so viel, dass ich jetzt irgendwie ächzen müsste oder so. Ich habe schon ein bisschen vorrecherchiert für uns einfach. Das heißt, wenn wir nicht aufnehmen, dann mache ich halt andere Arbeiten für den Podcast. Von daher war das doch gar nicht mal so unarbeitsam, was die Podcast-Produktion angeht, auch wenn wir ihn nicht aufgenommen haben. Und heute, Simon, komme ich gerade aus so einer ganz seltsamen Atmosphäre. Weil ich habe den ganzen Nachmittag über gekocht, Gemüse geschnippelt, Dinge angebraten. Seltsam. So geschmort. Ja, Sachen zum Schmoren angesetzt. Klingt voll super. Das andere, was ich jetzt erzähle, ist auch super. Denn heute, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, wird Star Trek The Motion Picture 40 Jahre alt. Ja, in der Tat. Und da hat einer meiner liebsten Podcasts, die Inglourious Tracksports, haben zwei Folgen rausgehauen. Einen Audiokommentat zu dem Film mit Mike Sussman, der war bei Enterprise auch im Staff. Und eine, noch so eine Nachlese, so eine Diskussion mit Brian Fuller. Der hat ja unglaublich viele Serien ko-kreiert, Hannibal und so, kennt man alles. Und ich habe einfach den ganzen Tag, bestimmt ja fünf Stunden oder sowas, habe ich nur so was auf dem Ohr gehabt, habe mir Star Trek Podcasts erzählen lassen und habe da so vor mich hingebrötschelt und fühle mich auch selbst so ein bisschen wie mariniert. Jetzt bin ich nur im falschen Film, weil ich bin jetzt irgendwie von Kopf bis Fuß auf Star Trek The Motion Picture eingestellt. Jetzt muss ich ein bisschen umschalten. Ja, schon. Von dem, was ich den ganzen Nachmittag gehört habe, auf das, was wir heute besprechen. Ja, wenn du gleich irgendwie von Decker und Elia anfängst, dann werde ich dich schon wieder hier zurückholen oder nach vorne holen in die spätere Star Trek Zeit. Ja, klingt aber doch nach einem entspannten Sonntag, super. Und die Tage so davor, ich meine, wir haben uns ja wirklich lange nicht gesprochen. Für unsere Verhältnisse ist ja schon dramatisch lang. Also ansonsten lief alles gut, oder was? War alles super. Mein Vater hat seinen 70. nochmal nachgeschaut. Wir haben einen mega Ausflug gemacht nach Köln und das war sehr cool irgendwie. Und ich habe letztes Wochenende Übernachtungsgäste für den anderen Podcast wie die Rückspultaste hier gehabt. Das war auch Remi Demi. Die Folge ist komplett gurkig anders ausgegangen bei der Aufnahme, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn die dann veröffentlicht wird. Das wird bestimmt großartig. Ich freue mich da schon drauf. Ich habe die Fotos gesehen. Ja, schade, dass ich nicht dabei war. Das sah nach einem sehr, sehr lustigen Abend aus. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall verrückt, ja. Neißenstein. Danke. Das ist eine ganz, ganz schlimme Angewohnheit jetzt von mir irgendwie. Ich sage jetzt immer Neißenstein. Ich habe das irgendwann mal gehört in der U-Bahn. Wir haben so ein paar, ich weiß nicht, ein paar Leute gesagt, ey kommst du mal mit? Ey, so nice und so. Weißt du? Und einer sagte dann so Neißenstein. Und irgendwie habe ich das jetzt adaptiert. Ich habe mich früher immer lustig gemacht über Leute so, weißt du, so aus einem typischen leicht elitär angehauchten Weltsicht, da habe ich so gesagt, wer sowas sagt, das sind ja komische Leute und sowas. Und jetzt komme ich hier und sage bei jedem Neißenstein. Neißenstein. Und dann, also wenn ich das so mit Kollegen mache, die mich gut kennen, die lachen dann, ja, oder sagen das irgendwie auch. Aber wenn du, mach das mal im Supermarkt, du. Weißt du? Wenn du irgendwie an der Kasse stehst und bezahlst, ne, so hier, Rückgeld und sowas. Dann sagst du, Dankeschön, Neißenstein. Und dann gehst du. Das ist halt immer sehr lustig, wie die Leute dann so reagieren. Das kannst du auch gleich Aldi sagen. Aldi, ja, Aldi, Neißenstein, Aldi. Ja. Soll ich dann zu der Kassiererin, die weiß ich auch nicht, was die dann denkt. Dann hol die den Marktleiter, da kannst du aber mal antworten. Da kommt ja Marktleiter. Marktleiter ist ein schönes Wort. Wollte ja auch immer mal werden, so Marktleiter. Ja. Ja, Marktleiter meines eigenen Antiquarians. So fühle ich mich sowieso schon. Das muss ich gar nicht erst werden. Wenn ich hier so, bin ich irgendwie schon Marktleiter. Nee, wunderbar. Wunderbar. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, was ich sagen wollte. Ja, mach du weiter. Ja, ich wollte eigentlich die Stimmung nur mal ganz kurz drücken, damit wir mal ganz kurz. Ja, das müssen wir erwähnen. Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja. Wir haben in der letzten Woche, bevor wir jetzt hier aufnehmen, haben wir tatsächlich eine wichtige Star Trek-Macherin und auch einen Schauspieler jetzt auch noch heute verloren. Und über beide wäre mal kurz zu sprechen. Und wir haben nämlich leider, leider uns, was heißt, ich kannte sie ja nicht persönlich, ich habe mich nicht persönlich verabschiedet, aber wir haben uns verabschieden müssen von Dorothy D.C. Fontana. Und ja, also meine Zeit, Simon, das ist doch eine Frau. Ja, das kann man wohl sagen. Dorothy Catherine Fontana. 80 Jahre ist sie alt geworden. Ich sage mal einfach nur ein paar Namen. Journey to Barbe. Ja. Tomorrow is Yesterday. Friday is Child. Enterprise Incident. Yesterday year. Animated Series, wenn wir uns dran denken. Und natürlich auch in diesem, ja, Gene Roddenberry-Umfeld sehr fest verwurzelt und ein sehr kreativer Kopf bei Star Trek, die, und die hat uns wirklich wahnsinnig viele von diesen Tropes gegeben, einfach von diesen Dingen, die dann Star Trek auch später noch so auszeichnen würde. Also von daher ein, ja, eine wichtige kreative Figur in der Star Trek-Welt. Und sie hat eigentlich das Konzept der Vulkanier genommen und anhand von Spock vertieft, ja. Simon hat es ja gerade schon gesagt, Journey to Babel, Yesterday year, aber auch This Side of Paradise, wo Spock seine alte Liebe Leila Kalomi wieder trifft, stammt auch aus ihrer Feder. Und Spock war damals der Breakout-Charakter sozusagen in der Ur-Serie und dazu hat sie mit ihren charakterbezogenen Episoden, mit ihrem Autorentum, hat sie entscheidend zu beigetragen. Ohne sie wäre Spock nicht Spock, Vulkan nicht Vulkan und Star Trek wäre nicht Star Trek. Nicht so, wie es heute wäre. Ja, und die Frage, ob der Charakter von Spock so einen Durchbruch gehabt hätte, wie er es hatte, ohne sie kann man nicht beurteilen, aber wahrscheinlich womöglich nicht. Vermutlich nicht, nee. Also haben wir da wirklich aus Lore-Sicht sehr viel zu verdanken. Kam auch so immer wahnsinnig sympathisch rüber. Es gibt ja ein paar Behind-the-Scenes-Specials oder auch Dokumentationen, wo man auch D.C. Fontana mal sieht, wie die ein bisschen sowas erzählten. Die kamen immer sehr sympathisch rüber und wirklich auch eine spannende Persönlichkeit. Und ja, wir haben sie nicht persönlich gekannt, aber wir haben sie doch ein bisschen kennenlernen dürfen, nämlich eben durch ihre Geschichten. Ich denke, da sieht man schon, wie sie auch so tickt. Bis zuletzt auch noch im Podcast zu Gast gewesen. Ich weiß nicht, ob es ein halbes oder ein Dreivierteljahr her ist, dass ich sie das letzte Mal bei Larry Nemechek, der ja auch schon mal bei uns hier im Podcast zu Gast war, gehört habe einfach im Interview. Und da wirkte sie immer noch so unfassbar wach. Also sie ist jetzt nach einer sehr, sehr kurzen, aber doch auch leider schweren Krankheit verstorben. Eigentlich denkt man sich besser, als wenn man so lange dahin sieht. Ja, also sie war wirklich noch lange, lange, lange aktiv, auch für und mit Star Trek Fans. Genau. Ja, und dann, Simon ist tatsächlich vom heutigen Datum aus vorgestern, das war der 5. Dezember, ist Robert Walker gestorben. Und Robert Walker war, als er bei Star Trek mitgespielt hat, gerade einmal 26 Jahre alt und er hat in der zweiten Episode, war er quasi der Gaststar. Er war Charlie X, er war Charlie Evans, der Teenager, der übernatürliche Kräfte hatte und auch ein wirklich, muss ich mal sagen, unvergesslicher Gaststar. Ja, und ja, wie es der Zufall so will, meine ich, ist Charlie X auch tatsächlich eine Episode, die, und das muss ich jetzt mal eben schnell nachschlagen, weil mich diese Newsmeldung gerade sehr überrumpelt hat. Ja, siehe da, DC Fontana hat es geschrieben. Mhm. Ja. Da haben wir es wieder. Und er hat diese Geschichte wirklich zum Leben erweckt, diesen Charakter zum Leben erweckt, er sehr intens, ja, diese Darstellung. Und deswegen bleibt einem das auch einfach so im Gedächtnis, Robert Evans auch fast 80 ist er geworden, 79, 79 Jahre. Also von daher ein zweiter Star Trek Promi, von dem wir uns verabschieden müssen. Ich weiß eigentlich nicht, ich kann mich nicht erinnern, ihn mal in irgendwas anderem gesehen zu haben. Also ich meine, ich lese hier, er hat in Bonanza mitgespielt, er war in Dallas dabei, Drei Engel für Charlie, Columbo, Easy Rider hat er mitgespielt. Und Route 66, aber ich kann mich da nicht erinnern, da irgendwann mal Robert Walker gesehen zu haben. Ich habe ihn wirklich nur ganz selten mal, vielleicht zwei oder drei, und ich könnte jetzt noch nicht mal Titel nennen, TV-Filme oder irgendwelche alten TV-Serien, Episoden gesehen. Da hat man sich immer drüber gefreut, muss ich sagen. Ach, guck mal, Charlie Evans, so ein bisschen älter geworden so, sieht so zehn Jahre älter aus als Charlie. Weil das es wahrscheinlich war, ja. Ja, weil das eben natürlich war in dem Moment, aber dachte ich, ach, guck, er nur wieder, er sieht ja auch ein sehr, sehr, weiß nicht, der sieht ja sehr, sehr markant aus, sah sehr markant aus. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Robert, ne, hat immer so ein bisschen was von den, wie heißen diese, diese, diese von Aliens verwunschenen Kinder, diese blonden Kinder aus diesem Sci-Fi-Horror-Film. Mein Gott, jetzt stehe ich am Schlauch, einer meiner Lieblingsfilme, und ich eiere hier wieder so rum, aber ist auch egal. Ich weiß gerade echt nicht, was du meinst, also ich habe auch so ein Bild vor Augen, ja, mit so Kindern und blauen, die so blau leuchten aus den Augen und sowas. Ja, ja. Aber mir fällt es gerade auch nicht ein, du, das gibt es doch überhaupt nicht. Scary Sci-Fi-Children, google ich jetzt einfach mal. Das erste, was ich davon denken musste, waren die Kinder des Zorns. Natürlich, Village of the Damned, guck mal. Village of the Damned, ja. Ja, Village of the Damned, super Film. Auf Blu-ray von Warner Archive, ohne Werbung dafür zu machen, ist aber eine tolle Scheibe und ein toller Film. Ja, und so sah, fände ich, Charlie Evans so ein bisschen aus, ja auch, ne. Er kam so ein bisschen so rüber. Richtig, ja. Ja. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns von den beiden. Ja, weiß ich nicht, was ich sonst noch erzählen soll, was es sonst noch so Neues gibt. Weihnachtsfeier war gestern. Oh. Ja, deswegen hört sich meine Stimme, glaube ich, auch so ein bisschen angeschlagen an. Ich bitte dafür um Verzeihung. Aber nach den zwei Wochen habe ich gesagt, fuck it, ich gebe jetzt Gas. Gab's Punsch. Es gab Punsch und Gin Tonic und sowas. Ja, war schön, aber jetzt geht's mir auch wieder gut. Jetzt sitzt es mir, ja komm. Total lustig, wie sich die Stimme so anhört. Ja. Die Leute glauben, ich bin immer noch besoffen. Nee, komm, lass uns starten mit der heutigen Folge. Ist ja auch eine extra lange Folge heute mal. Richtig. Da kommen wir, wir haben jetzt schon wieder lang genug geplänkelt. Können wir mal einsteigen. Simon, welche Folge gibt's heute zu gucken, zu hören? Die Folge heißt The Measure of a Man. Und zu Deutsch, Sebastian? Wem gehört Data? Ja, wem gehört Data? Ja, wem gehört Data, Simon? Wem Data gehört? Data gehört CBS, beziehungsweise Paramount oder wer auch immer da die Richter hat. Demjenigen gehört Data. Ja, das ist eine gute Antwort. Ja, das ist auch die Wahrheit, ja. Also wir können aufhören, wir haben die Frage beantwortet. Was jetzt in der Folge passiert, stimmt ja eh nicht. Eben, das ist eine völlig sinnlose Gerichtsverhandlung, die wir demnächst sehen, weil, hallo, das wäre sehr geil, wenn sie dann am Ende zu dem Schluss käme. Ja, ist ja schön, was ihr jetzt alle ihr gesagt habt, aber wisst ihr was? Ihr gehört Paramount, ne? Können wir mal. So Cease and Desist Letter, oder wie das heißt. Ja, nee, ganz so ist es ja nicht. Ja, zumindest in der Star Trek Welt. Eine spannende Frage, Sebastian, wir haben ja auch wirklich viele Folgen gehabt, so in der Vergangenheit, wo das ja auch immer so ein bisschen Thema war, dass Data ja anders ist oder einfach Sachen nicht so richtig versteht, die zum Menschsein dazugehören. Und das Ganze gipfelt jetzt tatsächlich auch mal in dieser Episode, wo man ja wirklich sich die Frage stellt, wie lebendig ist Data denn überhaupt? Ja, was ist das überhaupt? Ist das nur so ein Blechkasten, so ein Roboter? Oder handelt es sich hier tatsächlich um eine Lebensform? Das ist ja auch wirklich eine Frage, die einen so umtreibt, wenn man sich den Charakter anschaut. Ich muss allerdings dazu sagen, die Serie, die lässt für mich oder die liest für mich bis jetzt keinen Zweifel daran, dass Data eine Lebensform ist. Und zwar deswegen, so wie er von seinem Umfeld akzeptiert wird als Kollege. Ja, und wie er auch auf Dinge reagiert, dass ihn Dinge belustigen, dass ihn Dinge faszinieren, neugierig machen, traurig machen. Das ist für mich keine Frage, dass es ein empfindsames Lebewesen ist, das wir da vor uns haben. Wir haben es ja auch vor ein paar Folgen schon mal gehört. In seiner Akte, in seiner Personalakte steht, dass er lebendig ist. Von daher geht diese Folge jetzt, ja, sie muss ein bisschen zurückrudern, um am Ende dann eine Frage zu beantworten, die eigentlich schon beantwortet ist. Aber das muss ja nicht zwingend schlecht sein. Prämissen bei Star Trek sind schon seit jeher Dinge, die ein bisschen weicher sein können. Gucken wir mal, ob uns das hier stört oder ob uns das hier nicht stört. Genau, bin ich auch mal gespannt, wie wir uns das jetzt erarbeiten. Aber bevor wir loslegen mit der Folge, Sebastian, wir haben ja ein bisschen mehr Behind-the-Scenes-Infos tatsächlich als gewöhnlich. Wir haben es gerade schon gesagt, das ist eine extra lange Folge. Und alle, die diese Ankündigung vielleicht nicht gehört haben, in einer der Folgen, die wir in den letzten Wochen so hatten, wo wir immer mal wieder gesagt haben, hey, wir wollen uns diese Version von The Measure of a Man angucken. Extra lang bedeutet, es gibt auf der Blu-ray-Ausgabe von Star Trek Staffel 2 eine extra lange Fassung einfach, die da eingefügt wurde. Und wie das zustande kam, das besprechen wir gleich. Aber jetzt erst mal, Sebastian, wer hat den The Measure of a Man überhaupt geschrieben? Geschrieben hat das einen Namen, der mir schon tatsächlich, bevor ich so richtig Next Generation die Credits gelesen habe, schon mal untergekommen war. Weil ich einen Toss-Roman von ihr gelesen hatte, nämlich The Tears of the Singers, Die Tränen der Sänger, ist ein Uhura-zentrischer Roman. Und der wurde schon so Mitte der 80er geschrieben von Melinda Snodgrass. Und die Melinda, die ist auch hier die Autorin von eben dieser Folge. Und es ist ja selten, dass ein Romanautor von Star Trek auf einmal zu einer Autorin dann wird. Kommt schon mal vor, aber kommt nicht so oft vor. Was manchmal tatsächlich vorkommt, ist, dass desillusionierte Anwälte Autoren werden. Ich meine, John Grisham ist so, glaube ich, das bekannteste Beispiel. Aber, wobei ich gar nicht weiß, ob der desillusioniert war, aber er war Anwalt. Und Melinda Snodgrass war auch eine Anwältin, aber die hatte dann irgendwann keinen Bock mehr auf diesen Job. Hat aber gerne geschrieben. Und das wussten auch ihre Freunde. Und die haben gesagt, Mensch, du kannst das ja richtig gut. Warum probierst du das nicht mal in Hollywood? Und Sebastian, einer dieser Freunde, der ist ja ein Name, den hat man auch schon mal gehört. Damals war der noch nicht so ein Schwergewicht. Damals war er nämlich Head Writer bei der TV-Serie Beauty and the Beast mit Ron Perlman und Linda Hamilton. Später hat er dann so eine kleine Fantasy-Roman-Reihe geschrieben. Die nannte sich A Song of Ice and Fire. Und ja, die Rede ist von dem korpulenten Mann mit der Kappe und dem Bart, Simon. Richtig, der George R.R. Martin, der auch gefühlt irgendwie immer 17 Jahre braucht für ein Buch. Aber natürlich einer der erfolgreichsten Autoren der Welt. Nämlich eben, weil Song of Ice and Fire, das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise natürlich auch verfilmt unter der sehr berühmten Serie Game of Thrones. Ja, weiß ich gar nicht, wie der das jetzt angefangen hat. Aber der George R.R. Martin ist ein sehr bekannter Mann, natürlich. Ein sehr erfolgreicher Mann. Also hat er sie so ein bisschen ins Gespräch gebracht in Hollywood. Und ihr erstes Skript war tatsächlich The Measure of a Man. Diese Geschichte, die wir heute sehen. Und normalerweise ist es so, sagt man in Hollywood-Kreisen, oder habe ich gelesen, ja, als ich mich hiermit auseinandergesetzt habe, dass das Bewerbungsskript immer das Bewerbungsskript ist und bleibt. Dass man als Visitenkarte einreicht, aber das wird nie verfilmt. Das ist immer nur das Ding, was man irgendwie zeigt. Und dann, ach so, so schreibst du, ja, dann komm mal näher. Und dann schreib ich jetzt mal eine andere Geschichte. Aber tatsächlich, ja. Wahnsinn. Stell dir mal vor, was da für vielleicht teilweise brillante Filme nie gemacht werden. Aufgrund so einer albernen, traditionellen Regel. Ja, ich glaube, dass es auch so eine Regel gibt. Da gibt es ja immer Ausnahmen, die die dann bestätigen. Enter Maurice Hurley, Simon. Richtig. Der Hurley, sie war dann da bei ihm im Büro, hat das Ganze vorgestellt, war aber auch dabei wohl sehr aufgeregt. Ja, und war so am plappern eher und faseln, wie man das halt manchmal so kennt. Und dann hat der Maurice aber gesagt, jetzt komm mal runter. Und hat auf das Whiteboard gezeigt, was hinter ihm an der Wand hing. Und Sebastian auf diesem Whiteboard stand, The Measure of a Man ist bereits fest als Episode eingeplant. Sprich, dieses Bewerbungsskript, das haben die gelesen und sagten, all klar, das machen wir, das nehmen wir. Ist gut, ist super. Fantastisch. So schnell kann man zu einem Job bei Star Trek kommen, ja. Aber so ein Job kann auch mal schnell in die Hose gehen, wenn nämlich der große Vogel der Galaxie davon Wind bekommt. Denn tatsächlich, manchmal hat ja unser lieber Gene ein paar lustige Anwandlungen gehabt. Vielleicht hat er auch an seinen guten Freund Leonard Maislisch gedacht, seinen persönlichen Anwalt. Und da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Denn er hat gesagt, nee, die Geschichte macht er mal nicht. Denn im 24. Jahrhundert gibt es keine Anwälte mehr. Und jetzt haltet euch fest, er hat nämlich auch noch gesagt, Verbrecher, die braucht man nicht mehr von Kadizern, die werden bewusstseinsverändert. Und wie in so einer dystopischen Science Fiction werden ihre kriminellen Tendenzen gelöscht. Also richtig, richtig krass. Ja, fast schon Faschistoid, was der Roddenberry da von sich gibt. Ja, in diesem einen Satz. Keine Ahnung, da war er wahrscheinlich auch schon ein bisschen müder. Vielleicht auch, ich sage es vielleicht auch einfach geistig umnachtet in diesem Moment. Krasser Satz, den man so auch nicht erwartet hätte von demselben Typen, der ja Star Trek erschaffen hat. Aber gut, so war es halt. Er hatte auch gesagt, also das ist jetzt für die, die die Geschichte schon kennen oder die Folge gesehen haben, wäre die Situation zustande gekommen, dann würde der Dater ja doch gar nicht protestieren. Der würde sagen, klar, ich mache mit. Ich gebe mich im Dienste der Wissenschaft hin. Das ist ja alles super. Und ja, ich glaube, das hat die Snodgrass auch so ein bisschen, dachte sie, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, die hat vor allen Dingen gedacht, ja, toll, kann ja jetzt wieder nach Hause fahren. Das war wohl nichts mit The Measure of a Man. Aber irgendwer von den Chefs und im Zweifelsfall ist das zu dieser Zeit bei solchen Geschichten immer Rick Berman gewesen. Hat sich irgendwer mit Gene mal hinter verschlossenen Türen sicherlich auch mit einem erlesenen Tröpfchen zusammengesetzt und hat mit ihm geredet darüber. Denn Gene ließ sich tatsächlich umstimmen, ließ sich abbringen davon. Richtig. Der fürchterliche Alte hat zugestimmt. Das Ganze wurde dann doch gemacht. Dann wurde ja die Folge gedreht. Und der Maurice Hurley, der fand die fertige Folge so super, dass er gesagt hat, Melinda, das war fantastisch. Möchtest du nicht einfach fest bei uns einsteigen? Und das war vom Timing her auch gar nicht mal so dumm, diese Idee, denn ab der 13. Episode dieser Staffel, Sebastian, haben ja ein paar Leute das Raumschiff Enterprise verlassen, den Writers Room des Raumschiff Enterprise. Wurde auf einmal ziemlich leer dort. Burton Armys. Legendär. Legendär. Und ein Autorenteam, das wir öfters mal nur so in der ersten Hälfte der zweiten Staffel hören, Leonard Mlodinov und Scott Rubinstein, die haben alle ihren Vertrag nach der 13. Episode einfach nicht verlängert, weil sie gesagt haben, das kotzt uns hier komplett an. Der Einzige, der noch da war, ist auch ein legendärer Name. Ja, Tracy Torme, wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet und alle, die da sich so ein bisschen beschäftigt haben, die wissen, dass Tracy Torme und Maurice Hurley, das war halt, ja, Sebastian hat es schön auf den Punkt gebracht, das war wie Feuer und Wasser. Also die beiden konnten sich überhaupt nicht leiden. Gab es ständig Stress. Und ja, jetzt hat man sich so gedacht, Mensch, die Snodgrass, wenn die jetzt da ist, die kann ja vielleicht ein bisschen vermitteln. Ja, also wir haben eine, so eine Art Triumvirat jetzt im Writers' Room bei Star Trek The Next Generation. Genau so sieht es aus. Die drei haben dann die letzten neun Episoden geschmissen oder auch vielleicht nur acht. Ja, denn die, kommen wir später nochmal zu. Ich habe, vielleicht können wir überhaupt diese zweite Staffel, die hat eine unglaublich interessante Geschichte. Vielleicht können wir das irgendwie zum Ende der Staffel nochmal so ein bisschen aufrollen, was da passiert ist. Das macht auch die Doku von Bill Shatner, Chaos on the Bridge, macht das auch. Aber da gibt es noch ein bisschen mehr zuzuhören eigentlich. Es ist noch ein bisschen empörender auch, die Wahrheit. Ja, vor allen Dingen sind das auch Sachen, die dann kamen auch so nach und nach ans Licht in den letzten Jahren. Ja, das ist eine gute Idee, das können wir machen. Oder schreibt uns einfach, ob euch das interessiert. So wie ich euch kenne, interessiert euch das. Aber schreibt es uns nochmal, treibt uns an und dann machen wir da mal ein bisschen mehr zu. Ja, jetzt aber zur Folge. Es ist eine sehr komplexe Folge und die war voll von Charakterszenen mit langen Dialogen. Und die erste Schnittfassung, die da entstanden ist, die war deutlich zu lang, nämlich 13 Minuten zu lang. Also man musste sie halt einfach kürzen für die Fernsehausstrahlung, weil das waren ja feste Timeslots, die man hatte. Ja, aber man wollte das auch irgendwie nicht wegschmeißen und alle mochten die Episode. Und Mike Okuda und Rick Sturmbach, die haben halt einfach mal dann eine Kopie gezogen. Eine VHS-Kopie mit dieser Schnittrohfassung. Dieser 13 Minuten zu langen Schnittrohfassung und haben sie der Melinda Snodgrass geschickt. So nach dem Motto, hier ist die Episode, wenn wir mehr Zeit hätten, dann würden wir die, glaube ich, genauso ausstrahlen. Und diese VHS-Kopie war einzigartig wirklich. Die haben sie nicht für irgendwie mehr Kopien angefertigt. Die haben sie wirklich nur angefertigt, um sie der Melinda zu schenken. Man muss dazu sagen, die Melinda hat sich aus Hollywood verabschiedet, macht jetzt viel mit Pferden und schreibt Romane und ist deswegen auch dreimal umgezogen. Und so eine VHS-Kassette ist jetzt auch nicht das, was man vielleicht immer mitnimmt. Oder da könnte auch mal irgendwann vielleicht das Magnetband abgenutzt sein. Keine Ahnung. Aber zum Glück hat diese VHS-Fassung überlebt. Richtig. Und der Mike, der ja der Melinda geschenkt hatte, der hatte, der Mike Okuda hatte noch im Hinterkopf, dass er das ja mal gemacht hatte, diese Fassung. Und dann stand natürlich das HD-Remastering für Next Generation an, die Veröffentlichung in einem HD-Format auf Blu-ray. Und da hat man sich gedacht, oder der Okuda hat sich daran erinnert, dass diese längere Fassung ja auf dieser VHS-Kassette ist, die ja bei der Melinda Snodgrass sein müsste. Und Mensch, das wäre doch mal ein richtig geiles Bonus-Material, wenn man diese Folge in einer Art Complete-Cut sozusagen nochmal zeigen könnte. Oder in einer erweiterten Schnittfassung. Und ja, war da. Da musste aber noch ordentlich was dran getan werden, Sebastian. Ja, die Fassung, die auf der VHS-Kassette drauf war, war so eine unfertige Workprint-Fassung. Die sprang immer zwischen der fertig produzierten Folge hin und her, mit Soundeffekten und überhaupt mit Effekten und mit vernünftiger Audio-Nachbearbeitung. Und die Szenen, die rausfielen, die 13 Minuten, die wurden natürlich auch nicht komplett fertig produziert. Das heißt, man hat da eigentlich eine schöne Blaupause, man hat da eine schöne Bauanleitung für die fertige Folge drin, aber die Folge war eben nicht fertig. Da musste noch eine Menge dran getan werden. Man musste erstmal eine Sound-Nachbearbeitung machen, man musste die Spezialeffekte in diesen Szenen nachbauen, um das Ganze so zu rekonstruieren, dass man das ja auch zeigen kann. Und dass die Leute nicht schreiend davonlaufen. Das hat man dann tatsächlich gemacht. Das Ganze ist dann gelandet auf dem Bonus-Material der zweiten Staffel Next Generation, auf den Blu-ray-Veröffentlichungen. Und da gibt es aber nicht nur diese fertige Fassung, sondern auch eine Workprint-Fassung, die dann so zwischen HD- und VHS-Qualität hin und her wechselt. Man hört ab und zu mal so Stand-In-Stimmen, wenn ein Darsteller nicht da ist. Das kann man sich auch mal angucken, das ist ganz lustig. Aber nur für echte Fans, glaube ich, täglich. Und jetzt ist es ja eine Besonderheit ein bisschen für uns, weil wir natürlich normalerweise über die Episoden sprechen und über die Filme so, wie sie das erste Mal gezeigt wurden. Aber in diesem Fall machen wir einfach mal eine Ausnahme aus zwei Gründen. A, nee, eigentlich aus drei Gründen, finde ich. A, es ist Weihnachten. B, es ist eine Folge, die als Klassiker gilt. Und C, die Folge wäre ja so ausgestrahlt worden, wenn man nicht an diese 45 Minuten geknebelt gewesen wäre, sondern wenn man da freie Hand gehabt hätte, dann hätte man sie ja genauso gezeigt. Deswegen finden wir das so legitim, dass wir eben genau diese Fassung uns mal vorknöpfen. Genau. Darüber hinaus verändern diese Szenen ja nichts an der Aussage der Folge. Sie erweitern ein bisschen. Es gibt ein paar mehr Charakter-Szenen. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich gemacht, aber ein paar Szenen waren neu für mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Aussage, auch der Flow der Episode, das bleibt alles gleich. Deswegen können wir das einfach mal dazu packen. Ja, das war richtig viel Vorrede, hat die Folge aber auch verdient. Wollen wir mal gucken, was denn da jetzt überhaupt so passiert und wem Data denn jetzt auch gehört, weil die Frage müssen wir natürlich auch beantworten heute. Ja, genau so ist es. Los geht's, Simon. Wir sind unterwegs, hören wir im ersten Logbuch nach Sternbasis 173. Ein Teil der Crew soll ausgetauscht werden. Aber das ist gar nicht mehr so bemerkenswert wie eine Premiere, die wir jetzt direkt feiern dürfen. Denn wir sehen eine ganz bestimmte, ein TNG-Trope das allererste Mal hier. So sieht es mal aus. Man trifft sich zum Pokern. Die berühmte Poker-Runde, die wir dann immer wieder mal sehen und das dann natürlich auch in weiter Ferne noch, auch eine große Szene ist dann in der allerletzten Folge von Next Generation, die Poker-Runde. Hier zum ersten Mal. Ich freue mich sehr, dass Chief Miles O'Brien weiter in die Crew integriert wird. Ja, man merkt, der O'Brien, das ist nicht so einer von diesen Hampelmännern, den man irgendwie nur so drei Sekunden mal sieht. Sondern der ist halt voll dabei und die mögen den alle und die laden den auch zum Pokern ein. Der lässt irgendwie die Produzenten nicht los, der Columini, hat man das Gefühl. Und ich kann es so nachvollziehen. Ich kann mir die Fresse halt stundenlang angucken. Das habe ich schon mal gesagt. Also ich finde den super, den Miles O'Brien. Toll, was der alles macht so in seinem Gesicht. Also Kameras und Miles O'Brien oder Columini ist es wie füreinander gemacht. Ja, nicht nur er sitzt da. Wir haben da auch Kate Pulaski, Jordi, Data und William Riker sitzen. Und die spielen dann da jetzt Poker das allererste Mal. Data trägt eine, so eine lustige Geberkappe. Weiß ich nicht. Sagt man das Geberkappe? Ich glaube, das nimmt man tatsächlich so. Das ist dieser Schild. Und als ich das allererste Mal gesehen habe, da habe ich überhaupt nichts von Pokern verstanden. Heute verstehe ich auch nichts von Pokern, aber damals überhaupt nichts. Und ich dachte, warum hat denn der so ein Sonnenschild? Blendet das so irgendwie die Lampe, die da hängt da drüber? Aber das hat man tatsächlich auf, wenn man ja der Geber ist. Ja. Ist das überhaupt Poker, was die da spielen? Die spielen Poker, ja. Irgendwie erst mal Five-Card-Stut und dann Seven-Card-Stut kommt dann später als erweiterte Regel dann dazu. Ja, ja. Okay. Im ursprünglichen Drehbuch, das haben sie dann noch ein bisschen geändert, weil das hat Michael Westmore vom Make-Up-Department ein Wörtchen mitzuholen gehabt. Im ursprünglichen Drehbuch wäre Data schwimmen gegangen, im Schwimmbad von der Enterprise. Und dann hat Michael Westmore gesagt, das geht nicht, ja. Also unser lieber Kollegen-Podcast Data, sein Hals. Der heißt ja so, weil der Schminkansatz von Data am Hals immer so, manchmal so ungenau ist, wenn er sich den an der Uniform abreibt. Und ich glaube, wenn Data schwimmen gegangen wäre in dieser Folge, dann könnten die ihren Podcast nennen, Data sein kompletter Körper. Weil das wäre alles einfach nur, ja. Das wäre auch super aufwendig gewesen und hätte das alle nochmal viel teurer gemacht, sodass man das Problem irgendwie gelöst hätte. Von daher, das Pokern ist auch, finde ich, auch irgendwie natürlicher. Ja, Sebastian, diese ganze Szene, die will uns ja zeigen so ein bisschen, dass der Data schon die Regeln des Spiels natürlich nachvollziehen kann. Ja, und er sagt das dann auch so, er kann sich die Wahrscheinlichkeiten, das kann er sich alles super ausrechnen. Er weiß auch, welche Karten kommen müssten, aber er hat ja die Rechnung nicht mit dem Riker gemacht. Denn der Riker, natürlich, klar, so ein Typ wie der Riker, der ist natürlich auch ein Poker-Gott. Ja, also wer Saxophon spielt und ansonsten auch so cool ist und immer die Ladies kriegt, ja, der ist auch ein Poker-Gott. Und natürlich auch der beste Bluffer, die Sides des Andromeda-Arms. Ja, das ist er wohl, das ist er wohl. Er ist ja nicht der Einzige, der greint, ne. Als er merkt, wie analytisch Data an das Ganze rangeht, sagt auch der Miles so einen fantastischen Satz. Er sagt, Zeit, ein Täubchen zu rupfen. Toll, ganz, ganz toll. Ja, aber genau, das ist, also, Data versteht nicht das Problem eines, oder versteht nicht die Vorgehensweise eines Bluffs. Er denkt einfach, das ist wie so ein Kinderspiel, ja, derjenige, der die besten Karten bekommt, der gewinnt auch das Spiel einfach, weil ist ja logisch. Und dass man auch mit einem Scheißblatt so tun kann, als hätte man ein gutes Blatt, das geht vollkommen gegen seine Programmierung. Ganz genau, ja. Und dann kommt es auch tatsächlich so, die pokern sich gegenseitig hoch. Riker hat halt nichts auf der Hand. Data hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Blatt. Und fällt auch tatsächlich drauf rein. Er sieht dann halt das ausdruckslose Gesicht von Riker. Ein Gesicht, das ich mir auch stundenlang angucken kann. Der hat da so ein super Gesichtsausdruck. So der neutrale Riker. Das ist ein toller Gesichtsausdruck. Guckt ihn dann so an. Und dann sagt Data auch so, das nennt man also ein Pokerface. Und er sagt es und fällt trotzdem drauf rein. Ja, er ist raus. Riker zeigt seine Karten, gewinnt den Pott, obwohl ja eigentlich Data gewonnen hätte. Und das verwirrt ihn jetzt natürlich vollends. Ja, das schlechtere Blatt gewinnt, das darf doch nicht sein. Und da habe ich dann in dem Moment, habe ich ganz kurz gedacht, ist ein bisschen gut, dass wir uns jetzt nicht im 23. Jahrhundert aufhalten. Denn dann hätte Kirk gesagt, ja siehst du, du bist nicht perfekt. Ja, du verstehst das nicht, dass mit dem schlechteren Blatt man gewinnen kann. Du bist ein unperfekter Android. Du musst dich jetzt selbst zerstören. Und dann hätte es Kaschlabunsen gesagt. Und dann wäre Datas Kopf in einem Logikwölkchen aufgelöst gewesen. Aber hier ist er nur milde verwirrt. Zum Glück, Simon, zum Glück. Zum Glück, zum Glück. Ja, dann gibt es einen harten Cut und wir sind plötzlich bei dieser Station angekommen. Und Picard, der sitzt da so in der Station drin, ja, keine Ahnung, da auf der Promenade sozusagen oder im Einkaufszentrum da auf der Station sitzt er da an so einem Tisch. Und dann, Sebastian, dreht er sich um und sieht eine Frau auf ihn zukommen. Und es ist nicht Carol Marcus, auch wenn man das vermuten würde, wenn man die Station sieht von außen, ist nämlich exakt regular. Nein, das wäre geil, wenn Carol Marcus da ankommen würde. Nein, es ist Philippa Louvois. Philippa Louvois. Ja, und man merkt auch sehr, sehr schnell, wie Picard reagiert, nämlich überhaupt nicht professionell und freundlich, sondern sehr aggressiv. Also man merkt, da ist sofort eine Spannung zwischen diesen beiden Charakteren. Die kennen sich. Es ist etwas Feinseliges in der Luft, aber auch so eine gewisse Anziehungskraft, so eine sexuelle Spannung. Ja, und Sebastian, man sieht die beiden, wie die miteinander reden. Und man weiß, die, die haben was miteinander gehabt. Aber hallo. Und das war ganz schön intens, intensiv, was da passiert ist. Wir erfahren jetzt hier, dass sie irgendwas mit der Stargazer-Geschichte zu tun hatte. Und irgendwie war sie Staatsanwältin, hat die ihn beinahe gekreuzigt. Die beiden hatten eine Affäre. Er sagt, dir ist der Streit wichtiger als die Wahrheit. Es gibt so ein ganz gutes apogryphales PK-Buch. Da erfährt man mal ein bisschen mehr darüber. Kann man mal lesen, wenn man da Bock drauf hat. Ist auch ganz nett. Aber die Folge sagt auch an der Stelle nicht zu viel. Was auch gut ist, sie sagt uns einfach, die beiden haben eine echt komplizierte History miteinander. Aber wichtige Info, Luwa war Staatsanwältin. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier schon so ein bisschen der PK schon so in ihre Richtung schießt. So nach dem Motto, dich interessiert doch überhaupt nicht die Wahrheit. Sondern dich interessiert, die sie das Recht haben vor Gericht. Ja, das Gewinnen vor Gericht und sowas. Also, oh, oh, oh. Das muss ja eine Verhandlung gewesen sein. Also, es geht auch um Vertrauen zwischen den beiden, ja. Also, ich habe mir das ja so zurechtgelegt. Der PK, ja. Weißt du, da war dann halt dieses Gerichtsverfahren und was weiß ich. Und die beiden hatten was miteinander. Und dann hat der PK ihr im Vertrauen, vielleicht nach dem Sex, hat er ihr dann gesagt, irgendwas so im Vertrauen. Aber das darfst du nicht vor Gericht sagen und so weiter. Nächsten Tag war die Verhandlung und bam, hat es gleich gegen ihn verwendet. So ist das gelaufen, nämlich. So ist es. Er hat es beim Sex gesagt, Simon. Währenddessen. Er hat es geschrien. Ja. So kurz vorm Höhepunkt dann, ja. Genau, ja. Ich glaube, so ist das in dem Buch auch tatsächlich. The Buried Age von Christopher L. Bennett. Also nicht während des Sexes, sondern das während. Aber, ja, genau. So war das. Und jetzt sind die beiden da so entsprechend. Irgendwann jetzt kommt auch der Vorspann. Ich finde es schön, draußen fliegt auch so ein bisschen. Wir haben schöne Details auch in der Szene. Schöne visuelle Details. Draußen fliegt die Enterprise vorbei, so ganz klein. Man sieht es immer. Und unter den Leuten, die da in dieser Kantine rumlaufen, ist auch ein Antikaner. So einer von diesen Hundewesen aus Lonely Among Us, wo Marc Laimo einen solchen gespielt hat. Haben sie die alte Maske nochmal rausgekramt für die Folge hier. Ja, das ist aber schön. Da sieht die ganze Station belebter aus. Finde ich gut, wenn man da so ein bisschen was reinbaut. Oder ich finde auch tatsächlich, dass die Folge jetzt schon größer wirkt als andere Folgen. Ja, wir haben da diese riesige Station. Wir haben, oh, da gibt es diese Pokerrunde. Ja, was auch wirklich, man zeigt ein bisschen mehr von den Charakteren. Dann diese spannende Geschichte jetzt mit Picard. Und es fühlt sich schon mehr so spielfilmmäßig an vom Aufbau. Und das hat mir sehr gut gefallen. Hier schon am Anfang so. Ja, ist schön, wenn es mal nicht irgendwie das austauschbare Alien-Volk der Woche ist. Auf irgendeinem Planeten. Ja, das kann ja auch mal für eine interessante Folge oder auch für viele interessante Folgen sorgen. Aber hier wird mal wieder die Föderation einfach größer gemacht. Indem wir diesen, ja, das Ding ist ja JWD, diese Station. Und da passieren trotzdem irgendwelche Dinge, ne? Genau. Ja. Dann kommen auch wieder gleich noch zwei weitere Charaktere auf die Bühne. Wir sehen Admiral Nakamura und im Schlepptau hat er einen gewissen Commander Bruce Maddox. Ja, da wird schon was gesagt, so nach dem Motto. Ich glaube, der Nakamura sagt dann, ha, das hier ist der Commander Maddox und der möchte, der hat noch ein Angebot für sie, sagt er so dem Picard. Aber reden wir später drüber. Erst möchte ich die Enterprise sehen. Nakamura ist so ein würdevoller, untersetzter asiatischer Admiral. Der kommt noch zweimal wieder in Next Generation. Das finde ich schön. Das ist so einer der wenigen Admirals, die mal wieder benutzt werden. Maddox ist so ein blasser Unsympath. Und als ich die jetzt mal gesehen habe, Simon wieder, ist mir so gekommen, das ist ein bisschen so diese Dynamik von Admiral Quinn und Dexter Ramek. Und Dexter Ramek, genau das ist es. Da muss ich auch dran denken. Der Maddox ist nicht so aggressiv wie der Ramek. Der Ramek ist ja ultra aggressiv gewesen. Aber ja, es ist genauso dieses Ding. Irgendwie der alte Admiral mit seinem Padawan. Und der Padawan ist in beiden Fällen irgendwie so ein Arschloch. Und das ist hier tatsächlich auch so, denn wir erfahren ja auch gleich, warum der Maddox da ist. Also man kommt, ist dann diese Führung, findet dann statt auf der Enterprise. Und irgendwann ist man dann auf der Brücke. Und der Data, der dreht sich dann auch so um, als der Maddox da reinkommt und guckt den Maddox an. Und du weißt, Moment mal, die kennen sich doch. Also irgendwas ist da. Das ist eine fantastische Szene, finde ich, Simon. Die muss man eigentlich zweimal gucken. Das ist eigentlich ein Gespräch von Picard und Nakamura. Und die gehen so hinter dieser Reling her. Und wenn du die Folge nur hören würdest und nicht sehen würdest, dann würdest du einfach nur hören, die unterhalten sich tatsächlich, dass diese Basis dort neu ist. Und dass die auch so nah an der neutralen Zone neu ist, weil da ja dieser unbekannte, übermächtige Gegner ist, auf den wir ein Auge haben möchten. Also es ist tatsächlich ein Rückgriff auf das Ende der ersten Staffel. Das hat man nicht vergessen. Und als wäre das nicht schon fantastisch interessant genug, ist das eigentlich wichtiger an der Szene, was man sieht, eben diese bedeutungsschwangeren Blicke, die Data und Maddox sich zu werfen. Und das ist eine Art und Weise, wie das hier inszeniert ist. Und da merkt man, dass die Next Generation dabei ist, sich zu etwas, sich zu entwickeln und auch ein bisschen erwachsener und reifer zu werden. Man traut einfach so Parallelsachen, traut man dem Publikum jetzt zu. Ja, genau. Das ist genau das, was ich aussagen wollte. Das Publikum wird hier ernst genommen. Dem wird was zugemutet. Das ist ja wirklich eine Szene, in der sehr viele Informationen einfach passieren. Und in vielen Serien, die man heute so sieht, ich möchte jetzt nicht schon wieder dieses dieses Frühjahr war alle besser, Gewäsch aufmachen, weil das war es nicht. Aber in vielen Serien, die man heute so sieht, da hat man sich dann so überlegt, ist das nicht zu kompliziert? Kapieren die Leute das? Nee, das müssen wir noch ein bisschen genauer erklären. Aber finde ich schön, dass man hier einfach mutig ist und das einfach mal so durchzieht. Ja, so ist das, Simon. Ich muss dich jetzt mal aber ganz kurz allein lassen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe was am Schmoren im Ofen. Und ich muss dich jetzt einfach mal kurz zurücklassen, weil ich da nochmal was mit tun muss. Sonst brennt mir das an. Ist okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lasse euch mal ganz kurz mit dem Simon alleine für ein paar Minuten, zwei, drei. Der kann euch ja mal unterhalten. Dann geht es weiter in der Folge. Alles klar. So, jetzt sind wir unter uns. Jetzt ist der Sebastian weg. Der hört auch nicht, was ich jetzt so über ihn erzähle. Ich könnte jetzt einfach mal irgendwie so ein paar Sachen über den erzählen, die ihm so richtig peinlich sind. Hm, was könnte ich denn da mal erzählen über den Sebastian? Mensch, da muss ich jetzt mal nachdenken. Nee, war ich natürlich nicht. Das wäre auch unfair. Ja, da sind wir nun, ne? Drei mal dürfte raten, was das ist. Ist es A, eine Hüftklammer, B, mein Handy-Klingelton oder C, ein Maßband? Das Lustige ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, woher dieses Maßband kommt. Mir ist das neue schon aufgefallen. Ach, guck mal hier mit BMI-Kalkulator. Das ist ja krass. Wahnsinn, was es hier gibt. Ja, und sonst so? Boah, das ist langweilig. Was der wohl kocht, was der wohl macht, dass der da mitten im Podcast einfach so aufsteht. Ich wusste nicht, dass er einfach so aufsteht. Dass er einfach jetzt da aufsteht und irgendwie anfängt, da rum zu rödeln. Ja. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen im Internet surfen. Gucken wir mal hier auf www.internet.com. Auf Twitter gucke ich mal. Vielleicht gibt es irgendwie neue. Ah, wisst ihr, was wir machen? Eben, ich gehe mal aufdruck am Dienstag und schaue mal, ob es neue Kommentare gibt. Jetzt aktuell ist ja die Folge Unnatural Selection. Die ist soeben online. Werden wir das hier aufnehmen? Die jungen Kreise. Ihr wisst schon, das ist das, wo die Pulaski plötzlich so alt wird. Die ist ja eigentlich schon ziemlich alt, die wird noch älter, ne, in der Folge. So, was schreibt ihr hier so? Ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Kommentar raus. Victor, Victor schreibt. Schöne Folge zu eurer Verwunderung über Wolfs Reaktion, als der Junge in die Krankenstation gebiegen wird. In der deutschen Version wurde sein Satz It's a Trick übersetzt mit Das ist kein Kind. Und daher denke ich, die Synchronbuchautorinnen hatten hier die gleiche Idee wie Simon. Alles andere würde auch wenig Sinn ergeben. Aber trotzdem interessant, hätte ich die Folge auf Englisch geguckt, wäre ich auch stutzig geworden. Liebe Grüße. Ja, Victor, hast du recht. Vielleicht war das so. Es ist ja auch immer so das Ding. Wir fragen uns immer, ob nicht einer von uns mal die Folgen auf Deutsch gucken sollte und der andere einfach auf Englisch weiter. Aber das ist halt, das ist ja auch schon ein großes Commitment, wenn man so viele Folgen machen muss, dass man das dann auch so gucken möchte, dass es einem am besten gefällt. Ja, so. Sebastian, was ist das für ein Geräusch? Habe ich gerade um so Leute gefragt. Ist das A? Was auf der Tastatur rum? Mein Briefbeschwerer? Äh, mein Brieföffner? Ja. B, die Heftklammer. C, mein Handy-Klingelton oder D? Mein Maßband, dass ich jetzt schnell rein- oder raus- Du rubbelst hier schon wieder das Maßband, Simon. Da hatten wir doch drüber gesprochen. Ja, natürlich. Ich messe, ich führe regelmäßige Messungen durch. Überall an meinem Körper. So. Ja. Schön, dass du wieder da hast. Genug kontrollieren. Ja, finger. Und es ist nichts angebrannt. Nee, ach, das sieht fantastisch. Simon, ich hätte sowas von jetzt zu langen können. Und ich habe jetzt so einen Hunger bekommen, dass hoffentlich du und auch die Hörerinnen und Hörer nicht böse sind, dass ich jetzt einfach gleich, wenn du redest, mal ab und zu hier in diesen wunderbaren Bio-Vollmilch-Keks-Schokoriegel beiße, der in dem Adventskalender war, den meine Freundin mir gebastelt hat. Hau rein, mein Lieber. Lass es dir schmecken. Ja. Wo waren wir eigentlich gerade, Simon? Ich war, oh, jetzt habe ich mir meine Notizen zugemacht. Da sind sie wieder. Alles gut. Wir waren gerade an der Stelle, wo diese Brückenszene, also wo wir dann halt sehen, dass Data und Maddox sich irgendwie schon mal kennen. Ja, wir erfahren jetzt auch gleich, was das überhaupt soll, denn der Maddox macht, der ist schon ein bisschen ungeduldig, der macht dann so auf sich aufmerksam, so, ähm, macht er irgendwie, und Nakamura sagt dann, ja, richtig, hier, jetzt können sie dem Picayama sagen, was sie vorhaben, und dann geht er so an der Kamera raus aus dem Bild, ja, dann lässt der Maddox die Bombe platzen, ne? Ja, der sagt doch richtig, Admiral, ja, und ich denke, was ist das denn? So ein Commander ermahnt jetzt hier den Admiral, kommen Sie mal zur Sache hier, das finde ich, ist ein bisschen besonders und ein bisschen anmaßend, auch ehrlich gesagt. Ja, aber Maddox will mal mit, wer ihn nennt, dem Androiden sprechen. Ja. Ich muss mal blättern hier, meine Notizen sind auch durch. Es tut mir leid mit der Schokolade, völlig unhöflich im Podcast, aber es tut gut gerade. Ja, also Maddox und Data kennen sich, Data ist aber abweisend und mag den Maddox nicht besonders, weil, und da erfahren wir ein bisschen mehr Backstory über Data wieder mal, Maddox war die einzige Gegenstimme von irgendeinem Gremium, das zu entscheiden hatte, ob Data bei der Sternenflottenakademie zugelassen wird oder nicht. Das ist richtig, ja. Also der wollte das nicht, weil er eben, und da muss man ja irgendwie nicht studiert haben, um das jetzt herauszufinden, einfach nicht dem Data zutraut, so eine wirkliche Persönlichkeit zu sein, sondern für den ist das einfach so eine Blechkiste, so eine Maschine. Und jetzt lässt er tatsächlich dann die Bombe platzen, dann sagt er nämlich, ich bin nämlich hier. Aber Simon, entschuldige bitte, ich muss nochmal dich fragen, findest du hier die Timeline auch irgendwie kacke? Wir haben erfahren, Data ist vor 24 Jahren zur Akademie gekommen. Wie alt war Maddox denn da, als er gesagt hat, mach das mal nicht? Wie alt sieht der hier aus? Anfang bis Mitte 30 oder war der 10? Ja, das ist einer von diesen super genialen Kindern gewesen, weißt du? So die bei Mensa sind. Dougie Hauser war das, ja? Ja, und weiß ich nicht, der war dann halt schon so schlau, ja, macht natürlich keinen Sinn, klar. Oder er ist halt schon 80 und gebotoxt, bis auf geht nicht mehr, also keine Ahnung. Also die Data-Chronologie, die ist sowas von, ach, in jeder Folge, wo irgendwie auf Datas Backstory irgendwie eingegangen wird, überlegen sie sich was anderes. Langsam finde ich, naja. Richtig, aber er sagt's, er sagt's dann einfach, ich bin hier, um Commander-Data auseinander zu bauen. So, ist natürlich schon mal so ein Satz, wenn man den so sagt, auf der Brücke der Enterprise, da denken alle so, was ist jetzt los? Riker steht auf, schon in so leichte Verteidigungshaltung, ja? Und Pigar sagt, ja, das besprechen wir jetzt mal lieber woanders. Und dann verlassen sie auch die Brücke und gehen in dieses Besprechungszimmer, in die Observation-Lounge und dann erklärt er Maddox, was er vorhat. Denn er ist so ein, ja, quasi ein, im übertragenen Sinne, ein Schüler von Dr. Nun ihren Zungsarbeiten. Er ist ja total fasziniert von, arbeitet da an diesem Institut für positronische Gehirne, für Robotik oder was auch immer, irgendwas, was halt mit diesen ganzen Sachen zu tun hat. Und er ist dabei, ja, Androiden zu bauen, also Zungs Werk sozusagen fortzusetzen, weiß aber nicht genau, wie das geht, empfehlen da einfach Informationen, ihm fehlt da auch ein Objekt, an dem er sich orientieren kann. Und dieses Objekt ist natürlich Data und deswegen will er ihn auseinandernehmen, um zu schauen, wie funktioniert denn das alles. Und dieser Vorgang, Simon, der bleibt die ganze Folge über so mittelschwammig, finde ich. Ich sage jetzt mal, wie ich das verstanden habe. Dann kannst du mir mal sagen, ob das sich mit deiner Vorstellung, die in deinem Kopf entstanden ist, deckt. Also der Maddox muss den Data abschalten, alle gespeicherten Informationen irgendwie extrahieren, irgendwo anders ablegen und ihn dann demontieren. Und das, was während dieses Abspeicherns der Informationen passiert, das ist ein bisschen so wie das, wo vor ein paar Folgen unser lieber Dr. Ira Graves versucht hat, seine Essenz zu retten. Also dabei kann irgendwas verloren gehen. Offensichtlich. Im schlimmsten Fall. Ja. Ja. So habe ich das verstanden. Wie kam es bei dir rüber? Ja, eigentlich genauso. Das bleibt auch weiter schwammig. Auch wenn immer diese Rede ist von die Essenz oder der Kontext der Erinnerung oder wie immer sie das auch nennen. Das bleibt ja auch so ein bisschen schwammig. Ja. Also man weiß nicht so genau, wie man das erklären soll. Deswegen, wir machen es einfach einfach jetzt. Der Maddox will Datas Sachen rüber kopieren in den Computer und man hat einfach Angst, wenn man das dann wieder zurückspult irgendwie, wenn Data wieder zusammengesetzt ist, ja, dann verliert er halt seine Persönlichkeit. So. Und jetzt passieren auch zwei Sachen, die den Maddox als einen unzuverlässigen Typen und als einen unsympathischen Typen auch charakterisieren. Denn er spricht die ganze Zeit über Data als ein S. Er sagt immer It, It, It. Er guckt Data auch überhaupt nicht an. Er redet die ganze Zeit mit Picard. Ja, dann habe ich mit Data das vor und dann habe ich mit Data das vor und Data sitzt da ja die ganze Zeit. Könnt ihr ihm auch mal erzählen? Also unhöflich bis hintengegen eigentlich. Und dann wird dann mal gefragt, ja, hör mal, wie bist du denn? Da ist so eine Technobabbelbombe, so eine kleine, die da gezündet wird, ja. Ja, beim Erstellen eines positronischen Gehirns, da gibt es irgendwie so eine technische Hürde. Da sind alle bisher dran gescheitert. Nur Sung hat das ja damals geschafft, als er mich gebaut hat, als er Lore gebaut hat. Und wie hast du die denn umgangen, diese Hürde? Da ist Maddox auch so komplett wischiwaschi, dass Data sofort überzeugt davon ist, alles klar, dieses Problem, das hat er noch gar nicht gelöst. Auf Englisch würde man sagen, he's talking out of his ass, Maddox. Ja, ganz genau. Und Data weiß natürlich auch um die Gefahr jetzt. Er ist am Anfang, ist ja sogar noch interessiert, wo er dann sagt, oh, das klingt aber interessant. Du möchtest hier auch weitere Androiden bauen, die so sind wie ich, findet Data wahrscheinlich total spannend, weil er ist ja, zumindest aktuell denkt man das so, ist er der Einzige seiner Art in der ganzen Galaxis. Es gibt ja keinen anderen, dieser Data-artigen Androiden. Ja, den anderen haben sie herausgeblieben. Eben, da kommt ja noch was, aktuell gibt's halt nur ihn. Und er geht ja total positiv an die Sache ran, aber dann erfährt er halt, du hast es gerade so schön gesagt, dass der Maddox dem ist irgendwie nicht richtig zu trauen, so weit ist er noch gar nicht und die Gefahren sind gigantisch und jetzt hat Data tatsächlich Angst. Der emotionslose Androide hat hier Angst und zwar Angst um sich. Also widerspricht er und natürlich widerspricht auch Picard, weil er sagt, das ist hier einer meiner Offiziere, da dürft ihr nicht einfach dran rummachen, wenn es um sein Leben geht. Und auf genau das waren ja sowohl Nakamura als auch Maddox schon vorbereitet. Denn die, dass die jetzt keine zusammengerollte Urkunde auspacken, ist auch alles. Also sie zücken dann ja einen Trumpf als nächstes. Genau, es gibt einfach einen Transfer. Data wird abkommandiert. Lustigerweise ist man ja auch gerade bei dieser Station, wo es eh eine Crew-Rotation gibt, eine Rotation der Crew, also packt man den Data auch mit auf die Liste, der wird einfach abkommandiert, wird dann dem Maddox unterstellt und dann kann der Maddox das ja machen, weil dann kann ihn der Picard dann nicht mehr schützen. Ja, aber Sebastian, was wir noch nicht erwähnt haben, was der Maddox davor hat mit diesem Wissen, der will ja nicht nur einen Androiden erschaffen, sondern der sagt, ja sowas wie so ein Data, das ist ja total super nützlich und das wäre so geil, wenn wir auf jeder Brücke, auf jedem Föderationsschiff einen so einen Data hinstellen können. Ist doch toll. Ja. Also man möchte ja quasi eine richtige Armada, eine Klonarmee an diesen Androiden erschaffen, damit die dann da entsprechend dienen können. Was für eine wunderbare Vorstellung, ja. Jedes Schiff hat seinen eigenen Data, jeder Käpt'n sitzt dann da, Kinder spielen zu seinen Füßen und über ihnen flattert die Flagge der Föderation. Das ist jetzt die Rede von Krug in Star Trek 3 über Genesis. Ich verwende die bewusst, weil ich sage, ich finde das nämlich eine durchaus auch dystopische Darstellung, Vorstellung. Absolut. Dass alle so ein Data kriegen. Ja. Und jetzt weißt du mal, warum die Klingonen so Probleme hatten mit der Föderation, denn das steckt auch in der Seele der Föderation. Also, dass die auch mal irgendwelche ethischen Grundsätze einfach mal unter den Teppich kehren im Dienste des Fortschritts. Klar ist die Geschichte nicht neu. Ich sage nur Isaac Asimov und unzählige andere haben sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Was passiert eigentlich, wenn wir ganz viele Roboter bauen, die alle Aufgaben übernehmen und haben die irgendwie Rechte und wie gehen wir damit um und was passiert mit den Menschen und dann gibt es andere Geschichten, wo dann die Roboter irgendwie die Herrschaft übernehmen und die Menschen vernichten. Haben wir alles schon gesehen, das hier ist auch so eine Story, ja? In the Making, sozusagen. Weil irgendwann, wenn du mal einen Data da hinstellst, kannst du ja auch noch fünf Datas da hinstellen. Kannst ja eigentlich alle ersetzen, bis auf den Käpt'n. Ist alles viel sicherer dann. Und dann gibt es die große Revolte, ja? Bam! Genau. Dann, ja, ja, ja. Also, aber erstmal ist das für alle eine tolle Idee, alle denken, upsala, Entschuldigung, alle denken sich, ja super, also der Data, das ist ja quasi unser nützlichstes Crewmitglied und stell dir mal vor, jedes Schiff hätte einen Data, ja, das ist schon eine super Idee, Tolle Idee. PK denkt das nicht so. Nakamura hingegen, der steht ja voll hinter Maddox, ne? Also, das ist auch so ein bisschen Badmural hier. Aber jetzt spricht PK ja erstmal mit Data darüber. Ja, Nakamura und PK funken nochmal so ein bisschen, da wird nochmal wiederholt. Ja, ne, versteht doch, was wir tolles vorhaben. Und als Data hinzukommt, da hat PK interessanterweise irgendwie schon komplett die Flinte ins Korn geworfen. Der sagt, ja, dann musst du dich jetzt der Prozedur hier unterwerfen. Es gibt schließlich keine andere Lösung. Aber Data sagt immer noch nein und dann meint auch der PK. Interessant finde ich, Simon, dass hier der PK, der ja am Ende eine 180-Grad-Wendung macht, dass der hier noch die Position von Maddox einnimmt, weil er womöglich noch ein bisschen wenig über die ganze Situation als solche nachgedacht hat. Er sagt ja selbst noch, Mensch, Data, schau doch mal, wie toll das ist, wenn wir mehr von dir bauen könnten, sagt der PK. Ja, der PK ist im Grunde so ein bisschen wie der Maddox. Nur er will es halt nicht mit Gewalt durchdrücken, ja, sondern er ist der Good Cop hier noch an der Stelle. Ich finde das zwar irgendwie scheiße, dass er da auf den Data verzichten muss, aber auch er hat in diesem Moment noch nicht gecheckt, was der Data eigentlich sagt. Nämlich, dass der Data sagt, ja, alles schön und gut, aber ich will nicht auseinandergenommen werden. Hallo? Hört mir hier eigentlich irgendwer zu? Ja, also das ist halt so dieses Ding. Und dann sagt der Data ihm ja das ja auch ganz, ganz deutlich, Sebastian. Er sagt ihm, das ist eine ganz gefährliche Geschichte, das kann mich durchaus zerstören. Und dann hat er einen wunderbaren Vergleich. Oh, mit dem musst du mir gerade mal helfen, den habe ich mir nicht rausgeschrieben. Geordi-Vergleich. Ach ja, er sagt natürlich, ja, Geordis Augen, überleg doch mal, die sind doch viel besser und sehen mehr. Was wäre denn, wenn jeder einen Visor eingepflanzt bekommt von euch? Ja, dann könnt ihr alle toll sehen und das ist doch viel effizienter. Das wäre doch eine genauso tolle Idee, wie auf jedes Schiff einen Data zu setzen. Und da sieht man quasi, wie das goldgepresste Latinem-Stückchen beim Jean fällt. Genau. Dann denkt er nämlich, oh ja, stimmt, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen, nee. Und er kommt sich in dem Moment wahrscheinlich auch ein bisschen dumm vor und trifft auch innerlich in diesem Moment einfach die Entscheidung, wir werden uns wehren dagegen. So leicht wird das nicht ablaufen. Schickt Data raus und das Nächste, was er macht, er geht da zu seinem Laptop und lässt sich dann erstmal Gesetzestexte auf den Bildschirm bringen, was so, oder die Regeln, was so Transfer angeht. Überhaupt. Ja, also PK ist jetzt schon in diesem Verteidigungsmodus. Ich finde das auch so lustig, weil in dem Moment, wo du in seinem Gesicht siehst, wie er sich für die Verteidigung von Data entscheidet, da spielt die Musik so eine heroische Fanfare. Das ist so herrlich, nicht zu dick aufgetragen, aber ein bisschen dick aufgetragen, das ist schön. Ja, also er will jetzt handeln und er liest sich alle möglichen Sachen im Computer durch. Und nach drei oder vier Stunden oder was, wir bekommen nicht genau gesagt, wie lange, hat er auch von all dem juristischen Gewäsch, das er da gelesen hat, hat er tüchtig die Schnauze voll. Ja, aber da kann er doch mal die Philippa besuchen, warum wurde sie eingeführt, genau wegen, aus diesem Grund, PK stürzt in Philippas Büro, haut ihr da die Gesetzestexte auf den Tisch, also er hätte so richtig schwere Bücher da eigentlich mitnehmen müssen. Und sagt, ich kapiere das nicht mehr, das ist mir alles viel zu kompliziert, du musst mir jetzt einfach helfen. Und für die Philippa ist es ja noch so, gehört das jetzt noch irgendwie so zum Spiel aktuell, ja, die hat den Ernst der Lage noch gar nicht begriffen. Aha, jetzt kommst du also angeschissen, ja, weißt du, jetzt der Herr, der feine Herr PK, jetzt kommt er hier an, jetzt ist er mal über seinen Schatten gesprungen. Und ja, dann schimpfen die auch noch so ein bisschen miteinander. Ich glaube, hier kommt das mit dieser Staatsanwaltsgeschichte, wo er der PK ihr dann auch diesen Spruch noch drückt, so nach dem Motto, die ging es doch nie um die Wahrheit, die ging es doch immer nur vor Gerichten, gute Show abzuziehen. Adversarial Process. Und Sebastian, da muss sich tatsächlich auch so ein bisschen an das Gerichtswesen in den Vereinigten Staaten insbesondere denken. Ja, also wenn man sich diese Juryprozesse teilweise anschaut, gibt ja unzählige Filme und Serien, wo wir das immer sehen konnten, gibt auch genügend Dokus, die das zeigen. Und dann, man denkt mal an den OJ-Prozess oder solche Geschichten, wo es ja nicht wirklich darum geht, tatsächlich die Wahrheit zu finden. Ja, das stimmt. Ich denke, das ist auch in anderen Gerichtsszenen so, aber gerade da ist es halt so deutlich, weil sowohl Staatsanwalt als auch Rechtsanwalt, also nicht Rechtsanwalt, sondern der Verteidiger, eine Show abziehen für die Jury. In dem Fall, hier gibt es keine Jury später, ja, aber natürlich, ja, ja, if the glove don't fit, you must acquit. Das ist ja noch die absurdeste und irgendwie auch schöne Szene, ja, aus diesem Prozess mit OJ Simpson, ja. Ja, gut, dass er am Ende Donner im Knast gelandet ist. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, genau, so sieht es jetzt nämlich aus. Der PK ist jetzt schon völlig leidenschaftlich hier. Die Louvois ist so eine Mischung aus überrascht von dieser Leidenschaft und so lakonisch, aber auch ein bisschen horny, ehrlich gesagt, weil sie es auch irgendwie geil findet, dass der PK jetzt vorbeikommt. Und für den hat sie schon sehr viel übrig auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und sie findet es auch toll, dass er jetzt gerade ausgerechnet zu ihr gekommen ist und dann kommt so ein toller Moment, wo sie das Wort Vertrauen nicht über ihre Lippen bringt. Und da ist er dann ja so gnadenlos. Also da haut er dann mal so richtig nach. Aha, ja, Vertrauen, Vertrauen. Das kannst du nicht sagen, ne? Und deswegen glaube ich, dass einiges passiert. Aber finde ich schön, diese Dynamik, weil die halt auch so den PK wieder ein ganzes Stück menschlicher macht. Du weißt, auch der PK, der hat so einige richtig coole Geschichten zu erzählen, wenn du dem mal irgendwie drei Flaschen Bordeaux dahin stellst. Ich finde ja, Simon, die beiden haben mehr erotische Chemie miteinander, als Beverly Crusher und PK es jemals haben werden. Das ist richtig, ja. Da kann ich auch nichts hinzufügen, weil das ist einfach so. Ja. Die haben wahrscheinlich auch besseren Sex miteinander, PK und, wie hast du? Louvois. So richtig geilen Angry Sex. Ja, schon glücklich. Beverly ist wahrscheinlich eher so eine kuschelige Nummer. Ja. Naja. Ach Gott. Ja, nee. Aber ist du umstehen geblieben? Bei, ja, also wie gesagt, zuerst heißt es ja, natürlich kann der Data sich dem verweigern. Der Data kann halt sagen, nee, ich möchte ja nicht mitmachen. Aber dieser Transfer, der da passiert, der lässt sich nicht aufhalten, weil das ist halt ein Transfer. Und da kann man einfach nichts machen. Und PK sagt eher dann auch, ja, aber wenn der Data hierher transferiert wird zu diesem Maddox, dann wird da bestimmt irgendwas passieren. Ja, weil da nimmt niemand den Data ernst. Der Maddox schaltet ihn einfach ab und treibt da sein finsteres Spiel mit ihm. Das bleibt jetzt erstmal der Status Quo. Das darf jetzt in beiden gären. Und jetzt sehen wir eine von, wir hatten schon so ein paar von den neuen Szenen, aber jetzt sehen wir eine der neuen Szenen, die besonders wertvoll sind in diesem längeren Cut, finde ich. Es ist eine, ja, durchaus emotionsgeladene kleine Episode im Maschinenraum und ein Rückgriff auf die Sherlock-Holmes-Episode. Ja, der Data besucht den Geordi. Die beiden haben ja schon so ein Anzeichen gehabt einer Freundschaft, einer sich entwickelnden Freundschaft. Wir hatten da ein paar Szenen gesehen und ganz vorne stand natürlich die Sherlock-Holmes-Geschichte oder Geschichten. Das war ja zweimal ein Thema. Und er schenkt ihm so eine Sherlock-Holmes-Devotionalien. Das ist ja eine Pfeife und die Mütze, glaube ich, ne? Ja, bringt er da an. Und Geordi ist noch gar nicht so in dieser Traurigkeit, in der Data sich schon befindet. Ja, Data ist traurig. Ja, richtig. Data ist traurig an diesem Punkt. Das müssen wir nochmal festhalten. Aber Geordi hingegen ist noch optimistisch. Er sagt, ja, ach komm, wir sehen uns doch irgendwann mal wieder. Alles gut. Aber jetzt merke ich gerade irgendwas. Entschuldigung, ich bin gerade völlig irgendwie. Ne, frag den Geordi doch dann, sag mal, wie ist denn das? Was würdest du denn machen, wenn du nicht mehr bei Starfleet wärst? Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen davon verwirrt, ehrlich gesagt, dass er den Geordi ja fragt, was würdest du denn machen, wenn du deinen Dienst quittieren müsstest? Aber wir sind ja noch gar nicht an dem Punkt, wo Data auf die Idee gekommen ist, dass er seinen Dienst zu quittieren hat. Ja, aber davor war doch, sagt das nicht die Levoire? Sagt die nicht? Die ist eine einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie Starfleet zu verlassen? Richtig, richtig. Ja, genau. Das kommt aus der Unterredung mit Picard heraus. Das ist ihr Vorschlag, der kann ja seinen Dienst niederlegen. Ja, und genau, das hat Data jetzt auch zwischen den Szenen gemacht. Und deswegen ist er auch so, wir sehen uns nie wieder. Die nächste Szene nach der Geordi-Szene ist, dass wir dann Data in seinem Quartier sehen, wie er packt seine Habseligkeiten oder die Sachen einpackt, die ihm besonders wichtig sind. Sebastian, jeder Sternflottenoffizier, hat ja so ein kleines Köfferchen. Da tut man dann immer diese Sachen rein. Und wir sehen jetzt in einer wirklich unglaublich guten Szene wird uns hier sehr, sehr viel über Data gesagt. Denn er packt ja ein paar Gegenstände ein, Sebastian. Was ist denn das Erste, was er einpackt? Weißt du das noch? Als erstes packt er ein Buch ein. Genau in der Reihenfolge kommen die Sachen auch später nochmal in der Folge vor, ehrlich gesagt. Das ist ein Buch, von dem wir erfahren, das hat ihm der Picard geschenkt. Und er blättert da auch nochmal so ganz kurz drin. Ja. Und dann legt er das in seinen röhrenförmigen Koffer, wo ich auch in dem Moment, manchmal hat man ja so ganz komische Gedanken. Und da habe ich gedacht, natürlich hat Data einen röhrenförmigen Koffer. Er hat ja auch ein röhrenförmiges Quartier. Ja, stimmt. Bestechend, die Logik. Fantastisch. Ja. Fascinating. Ja. Ja, aber dieser Koffer hat mich halt auch fasziniert. Da bin ich auch irgendwie drauf hängen geblieben. Ja, weil der irgendwie so, also wie, warum macht man das denn so? Das ist ja total komisch und unpraktisch. Egal. Ja, faltest schön deine Hemden und Unterbuchsen alle aufrecht endlich und dann tust du das in ein rundes Ding rein. Lässt dich auch schlecht stapeln. Das muss dann immerhin so. Ist aber auch egal. Jedenfalls, jedenfalls der zweite Gegenstand ist, ich glaube, seine Sammlung an Auszeichnungen, an Orden. Von Starfleet. Da werden wir auch erfahren, dass der Data schon so einiges gesammelt hat in seinen Dienstjahren. Und dann, Sebastian, kommt ja was, was auch eine schöne emotionale Wirkung hat einfach und sagt, ja genau, Data hat keine Emotionen. Also, wenn noch irgendwer mir erzählen will, dass Data keine Emotionen hat, dem haue ich, glaube ich, also, nee, haue ich nicht, aber dem kann ich nicht ernst nehmen. Ja, er holt diesen Datenkristall, diesen Holokristall hervor, den er dann anschaltet und dann sehen wir darauf tatsächlich ein Hologramm von Tascha. So wie sie auf der Beerdigung da stand, auf ihrer eigenen Beerdigung stand, auf dem Holodeck, auf der grünen Wiese und da nochmal gesprochen hat. Und das ist ein Souvenir an seine große Liebe, an seine bisher einzige Liebe, die er so richtig hatte. Ja, exakt, exakt so ist es. Unser Data, Mann, Mann, Mann. Unser Data. Ja, und während er da so seine Sachen zusammenpackt, dreht er sich um, geht mal einmal durch kurziges Quartier und dann plötzlich kommt der Maddox da einfach durch die Tür reinmarschiert, ohne zu klingeln, ohne zu klopfen und schnappt sich dann auch direkt das Buch, um da drin rumzublättern. Dann Data dreht sich um und denkt sich auch erst mal, was ist das denn jetzt? Er spricht auch Maddox drauf an. Sag mal, hast du irgendwie Lack gesoffen? Kommst du einfach reingelatscht? Ja, ein bisschen unhöflich, ja? Maddox ist gekommen, um Data gut zuzureden. Hör mal, alle deine Erinnerungen bleiben intakt. Aber Data sagt dann auch sehr schön nochmal, warum er dem ganzen Braten eigentlich nicht traut. Und er erklärt das anhand des Pokerspiels. Ich hätte gern gehört mal, wie er das anhand des Schwimmbades erklärt hätte, wenn sie das gemacht hätten. Aber beim Pokerspiel ist es ganz klar. Und da sagt er nämlich, der Unterschied ist, du kannst die Regeln kennen, aber dann ist die Erfahrung des Spiels als solche ja noch eine ganz andere. Das heißt, man braucht irgendwie mindestens Kontext, aber eigentlich sogar Emotionen. Ja, das sagt er aber nicht. Das sagt er nicht, aber das sind die beiden Sachen, von denen er impliziert. Ich glaube, dass das verloren geht. Ja, er umschreibt es tatsächlich mit Essenz. Die Essenz einer Erinnerung. Und das ist ja auch das. Das ist, ich glaube, dass Data Emotionen hat, aber nicht weiß, dass es Emotionen sind. So. Und von daher, ja, genau das würde ja zerstört werden. Bei diesem Experiment oder die Gefahr wäre sehr groß, dass es zerstört worden wäre, würde. War. War. Wer war. Wenn der Maddox das machen würde. Also von daher bringt es auch so schön auf einen Satz. Bringt er das zusammen. Er sagte, ich könnte zerstört werden, aber ich muss Dr. Sung's Traum, das bin nämlich ich, schützen. Ja, also er schreibt das so ein bisschen, weil ja auch die ganze Zeit der Maddox mit dem Sung ankommt und sagt, wir müssen die Arbeit von dem vervollständigen. Du musst uns dabei helfen. Aber nichts zu machen. Data sagt, ich bin nicht dabei. Jetzt verliert der Maddox die Geduld und sagt, ach, dann hast du eh keine Wahl. Und dann lässt er den hinterher die Bombe platzen. Dann sagt er dem Maddox, ich bin übrigens nicht mehr bei Starfleet. Ich habe heute meinen Rücktritt eingereicht. Sie können mich nicht feuern. Ich habe gekündigt. Ja, das sagt er nämlich da. Also packt sich Maddox als nächstes Mal Picard und rennt zu Levois. Picard, Levois. Der ist ja wohl sentimental hier. Der schreibt dem Androiden menschliche Eigenschaften an. Und jetzt hat er ihm eingeredet, dass er einfach jemand ist, der seinen Dienst quittieren könnte. Und er will da jetzt natürlich den Drag Officer, den leitenden juristischen Offizier, auf dieser Station dazu bringen, mal zu sagen, was jetzt hier da wirklich Sache ist. Also ob sie es will oder nicht, Levois wird immer tiefer eigentlich in diese Geschichte reingezogen. Ständig kommen die Leute mit dieser Data-Geschichte zu ihr gerannt. Richtig, denn die Frage ist, jetzt kommt die Frage halt, wem gehört Data eigentlich? Data ist doch Föderationseigentum. Und deswegen kann der doch gar nicht einfach weggehen. Der gehört uns ja. Das ist eine Maschine, die gehört uns. Und von daher muss er sich dem jetzt fügen. Der muss uns jetzt helfen, diese Androiden-Armee zu bauen. Und Lovar, ja, die wird jetzt gefragt, auch Picard natürlich dagegen argumentiert. Was sagt denn das Gesetz? Also find das jetzt mal raus. Du bist hier der Profi. Du kennst dich mit dem Gesetz am besten aus. Find raus, wem Data gehört. Oder ob er, ja, Menschenrechte kann man ja nicht sagen, weil es gibt so viele Nichtmenschen im Star Trek-Universum, ob er einfach Lebewesenrechte hat. Oder aber, ob er, und das ist ja der gefährliche Einwand von Maddox, ob er einfach nur ein Stückchen Hardware ist, das der Föderation gehört. Denn er sagt ja auch, was ist denn, wenn der Enterprise-Computer ein Update bekommen soll? Kann dann der Enterprise-Computer sagen, nee, dankeschön, ich möchte gerne bei Version 1,5 bleiben? Darf der sich da verweigern? Natürlich nicht. Der ist ja Eigentum. Der ist kein Individuum. Und so, da haben wir sie natürlich, die Frage. Ja, wem gehört Data? Wem gehört Data? PK sagt ja auch noch, du, mach dir mal richtig gut Gedanken. Das ist ja eine Entscheidung, die hat Implikationen. Das ist Wahnsinn. Und ich erwarte eine vernünftige Entscheidung. Und dann stürmt er da raus. Und leg schön das gleiche Feuer an den Tag, wie bei der Stargazer-Affäre. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Das kannst du noch mal wieder machen. Jetzt gehen wir aber zu Ten Forward. Und da ist ausnahmsweise mal wirklich angemessenerweise auch so eine gedrückte Stimmung und keine Musik. Da haben wir in den letzten Folgen öfters schon mal drüber gewitzelt, dass das da immer so ein bisschen melancholisch eher ist in Ten Forward. Aber jetzt ist natürlich auch die Abschiedsfeier für Data angesagt. Man hat Geschenke auch mitgebracht. Data ist gerade dabei, ein Geschenk aufzumachen. Er stellt sich dabei auch wieder ganz komisch an, statt das irgendwie aufzureißen, das Geschenkpapier, hält er sich wahnsinnig lang damit auf, das so abzuknibbeln, damit man das Geschenkpapier noch mal wiederverwenden kann. Und da sagen sie ihm auch, ich glaube, der Westy sagt ihm das, Mensch, Data, darum geht es doch nicht. Du hast ein Geschenk bekommen, mach das auf. Es geht doch nicht darum, diese Packung da einfach wieder zu verwerten. Und das ist auch wieder ein schöner komödiantischer Moment, den wir hier sehen, der auch wieder Spiner das gutes Timing einfach zeigt. Brent Spiner, Data-Darsteller. Wie Data das dann so hört, checkt. Und dann hat er das Buch ja eigentlich schon ausgepackt und hat das Geschenkpapier in der Hand und zerreißt er das Geschenkpapier und schmeißt es weg. Das fand ich sehr schön. Da musste ich laut lachen an der Stelle. Gefolgt wird das Ganze von einer Szene, die in der Fernsehfassung nicht drin war, die uns mal zeigt, wie nämlich Pulaski, womöglich ja Datas größte Kritikerin, mit dem Ganzen umgeht. Und was sie ihm für ein Geschenk mitgebracht hat, nämlich gar keins. Stattdessen bekommt er einen guten Ratschlag von ihr. Er soll doch mal vielleicht nach so vielen Jahren auf Raumschiffen das Leben auf einem Planeten ausprobieren und sich mal irgendwo niederlassen. Interessant. Da weiß ich nicht so viel zu sagen. Erstmal finde ich es unmöglich, dass sie kein Geschenk dabei hat. Das zeigt mal wieder, ist wieder ein Punkt in der Ecke, geringe Wertschätzung, ja. Für mich finde ich, und zwar ziemlich deutlicher. Ich habe leider kein Geschenk dabei. Stattdessen gebe ich dir diesen total beschissenen Ratschlag, mit dem der null anfangen kann in diesem Moment. Ja, ein zynischer Quatsch. Sebastian, man hätte den Pulaski-Charakter hier dafür benutzen sollen, Data zu verteidigen. Das wäre es gewesen. Das wäre das Triumvirat auch gewesen. Wir wissen ja, was gleich passiert. Einer muss ja Data verteidigen, der andere muss dagegen argumentieren. Am besten wäre es gewesen, wenn der Riker, die Staatsanwaltrolle, die Anklägerrolle erfüllte und Pulaski die Verteidigerrolle. Beide das, was sie nicht wollen. Beide das, was sie nicht wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass Maurice Hurley und wie sie alle heißen, vielleicht sogar diese Idee hatten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie zu diesem Moment schon den Glauben an Catherine Pulaski als Charakter verloren haben und es deswegen nicht gemacht haben. Ja. Ich weiß, wie sie auf das gekommen sind, was sie jetzt als Prozedere machen, weil sie wussten erst gar nicht, wen sie überhaupt als Staatsanwalt und als Rechtsanwalt nehmen. Das war lange Zeit im Unklaren, bis sie dann mal tatsächlich dann in Militär- und Schiffsrecht geguckt haben. Dann haben sie festgestellt, ach guck mal, wenn irgendein Untergebener was ausfrisst auf einem Schiff, dann ist der Käpt'n der Verteidiger und der erste Offizier ist dann der Ankläger, wenn es das andere nicht wirklich gibt. Ah, okay. Und dann haben sie auch gesagt, oh ja, wenn das schon im echten Militärgericht so geht, dann ziehen wir das doch auch einfach bei Star Trek mal durch. Ich glaube nicht, dass sie sie in Betracht gezogen haben. Ich glaube, so weit sind sie nicht gekommen. Aber es wäre hochinteressant gewesen, das zu sehen. Ja. Haben wir aber nicht hier. Und jetzt folgen noch so ein paar weitere Unterhaltungen. Nach diesem guten Ratschlag, da geht der Geordi auch zum LaForge. Der sitzt da und dem ist jetzt gedämmert, was hier wirklich passiert. Data verlässt uns. Und der ist jetzt richtig traurig. Das Leben ist selten fair, würde Dr. Pulaski sagen, meint Data dann noch. Ich muss sagen, das habe ich sie noch nie sagen hören. Aber gut, dann ist das halt ihre Catchphrase. Einfach mal, wenn sie das behaupten. Und dann verabschieden sich die beiden Buddies hier. Und als nächstes kommt wieder so eine Szene vom Schneidezimmer-Fußboden, wo Bill und Diana sich nochmal unterhalten dürfen. Richtig. Und Diana entpuppt sich hier auch so ein bisschen als Zweiflerin. Sie sagt, naja, was wissen wir wirklich über Data? Ist Data wirklich nur eine Maschine? Sind das nur Algorithmen, die da laufen und neurale Netze? Oder steckt da mehr drin in ihm? Wir können es mit Sicherheit nicht sagen. Aber sie sagt wenigstens auch noch, ich kenne ja auch andere Lebewesen, zum Beispiel Ferengi oder so, kann ich nicht lesen. Und von daher muss es nichts heißen, dass ich auch von Data nichts empfange. Eben. Aber vielleicht hat Maddox ja recht und wir schreiben ihm nur Emotionen zu, die er gar nicht hat. Und apropos Maddox, der hat anscheinend schon getankt und kommt jetzt auch nochmal vorbei. Ja, der platzt so richtig auf diese Party, sprengt die Party richtig. Man ist auch überhaupt nicht begeistert. Bill ist wieder in Verteidigungspose. Der sieht aus, als wenn er den Maddox da einfach nur raustreten möchte aus dem Laden. Was macht der Maddox da, Sebastian? Wie kann der nur? Ich kann mir das nur so erklären, dass er wirklich schon einen genommen hat. Denn der, wie du schon sagtest, crasht er die Party und da sagt dann, Data, was willst du denn jetzt mal machen hier als nächstes überhaupt? Und Data meint, ja, ich könnte ja Lehrer werden, dass ich das gut kann. Habe ich ja schon unter Beweis gestellt. Und da geht auf einmal der Maddox steil und flippt irgendwie fast schon aus. Ja, ja. Er sagt, ja, du kannst ja in den Wanderzirkus gehen, ins Kuriositätenkabinett, als der wandelnde Computer und so. Und da ist es dem Riker auch zu viel, als er das hört. Also gerade halt dieses, oh, jetzt ist Data Teil der Oddities. Packt ihn am Schlawittchen so richtig. Und schmeißt den richtig raus. Du kaust jetzt hier mal ab, ja, und ich muss hier auch weg. Also unfassbar. Aber schöner Move vom Bill mal wieder hier, muss man mal sagen. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Mischung aus Bill und Will gesagt. Will. Ja. Nee, toll. Interessant finde ich, ja. Nee, anders. Die beiden Kollegen, Picard und Riker, gehen ja jetzt mal wieder zu Philippa. Das ist irgendwie fast schon jede zweite Szene. Irgendwer besucht sie. Und da kommt jetzt nämlich die Verkomplizierung der ganzen Geschichte auf uns zu. Genau. Es gibt nämlich den Act of Cumberland. Irgendwann mal im 21. Jahrhundert. Und wenn man sich auf diesen Act beruft, dann stellt man fest, dass der Maddox im Grunde gewonnen hat. Also Data kann nicht von Starfleet zurücktreten. Data ist im Grunde Eigentum von Starfleet. Und somit kann er sich auch dieser Prozedur, die der Maddox davor hat, nicht widersetzen. Das wollte der Picard natürlich nicht hören. Der ist auch sauer deswegen. Ja. Und protestet. Er sagt halt einfach nix. Ich möchte eine Anhörung haben. Ich möchte eine Anhörung haben. Ich glaube nicht, dass das da noch zeitgemäß ist, worüber wir sprechen. Ich akzeptiere das einfach nicht. Und da reagiert die Louvre erst mal. Ja, aber hallo, hier ist alles neu. Ich habe niemanden da. Ja, ich habe nur so einen Praktikanten, der die ganze Zeit terrified ist. Der die ganze Zeit irgendwie die Hosen voll hat. Aber sie muss es jetzt im Grunde machen. Weil sie ist da die, wie auch immer, die Richterin sozusagen. Die Entscheiderin in solchen Fragen in diesem Sektor. Wie wir ja vom Pass sehen schon besprochen haben, zieht sie dann jetzt wirklich die vorhandenen Militäroffiziere einfach als Rechtsgehilfen ran. So, Käpt'n, du bist der Verteidiger von Data und der erste Offizier wird jetzt der Staatsanwalt sein. Oh, das passt dem Riker nicht. Oh, das passt dem nicht. Überhaupt nicht. Denn er muss ja jetzt entgegen seiner persönlichen Meinung agieren. Riker ist die Sache ja klar. Natürlich ist Data ein Lebewesen. Das ist ein Kumpel. Das ist ein Freund von mir. Mit dem habe ich schon einiges erlebt. Jetzt muss ich aber in diese Rolle schlüpfen und hier des Teufels Staatsanwalt spielen. Und dann meinen sie auch, ja gut, dann, wenn du das jetzt hier nicht übernimmst, wenn du die Antagonistenposition nicht einnimmst und auch nicht überzeugend einnimmst, dann entscheide ich einfach gegen Data. Richtig. Du musst jetzt Data anklagen. Du musst ihn vernünftig anklagen. Sebastian, was ist denn das für ein Quatsch eigentlich? Also jetzt kommt, da müssen wir mal drüber reden, ja? Ja. Es gibt ja so auch Begriffe der Befangenheit. Also Riker ist doch denkbar schlicht dafür geeignet jetzt. Also da müsste man doch eigentlich jemanden nehmen, der mit Data überhaupt nichts zu tun hat. Oder der Data ganz offensichtlich nicht mag. Bulaski. Die hätte ja auch den Staatsanwalt spielen können. Vielleicht schließt die Philippa ja von sich auf andere, die es ja geschafft hat, mit dem Jean Versteck den Lurch zu spielen und trotzdem ihn vor Gericht so richtig in die Pfanne zu hauen. Vielleicht denkst du, ja, das kann, was ich kann. Das muss der Riker auch können. Das muss der Riker auch. Ein bisschen komisch, aber gut. Ich finde es ja insofern interessant, oft ist ja in so Gerichtsdramen so immer diese große Frage, die dann so gestellt wird, wie kann ein Pflichtverteidiger nur zum Beispiel einen Kindermörder verteidigen, ja? Das ist ja völlig schrecklich, dass er das macht. Und hier wird jetzt mal die Medaille genau umgedreht. Hier wird nicht der ganz klar zu Verachtende verteidigt, sondern es wird dieses reine, gute Wesen namens Data, das muss jetzt angeklagt werden vom Riker. Stimmt, ja, das ist so eine andere Herangehensweise. Ja, da hast du recht. Das ist eigentlich auch, macht es interessant, ne? Ja, ist so als Kniff ganz gut. Und natürlich, dass es jetzt ausgerechnet den Bill trifft, der ja der Kumpel von allem und jedem irgendwie ist, ist auch irgendwie doppelt ironisch fast schon. Außer Maddox, den mag er nicht. Den mag er nicht, nee. Ja, aber was bleibt jetzt zu tun, ne? Also er hat auch keine Alternative. Genauso wie Data ist er alternativlos und muss jetzt entsprechend da gegen seine Gefühle agieren. Und ja, das macht er auch tatsächlich. Also Riker, er hat ja keine andere Wahl. PK geht jetzt mal zu Data und erläutert ihm die Situation. Und Data sagt auch, ja, ist voll in Ordnung. Also wenn ich einem als Verteidiger komplett vertraue, dann sind sie das, Käpt'n. Also, also ist super. Richtig, ja. Die Szene finde ich übrigens auch nicht schlecht, ne? Weil man merkt ja auch die Tastwut, ne? Als der PK sagt ihm ja ganz am Anfang, du, wir haben alles versucht, wir haben keine Chance. Die Entscheidung würde so und so aussehen. Aha, dann hat man mir das also auch genommen. Dann ist er richtig sauer. Dann dreht er sich richtig um und will so gehen. Und dann sagt der PK, Moment, 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 Moment. Wir werden was versuchen dagegen zu unternehmen. Ich werde dich verteidigen und so weiter. Schöne Szene. Ja, Sebastian. Und dann gehen wir erst mal ein bisschen Sport treiben, ne? PK ficht gegen einen namenlosen älteren Mann. Ja, stimmt. Und dann kommt Riker hinzu und steht im Türrahmen und sagt, ich werde alles tun, um zu gewinnen. Und dann kommt so ein richtig so, dann haut der PK den Degen durch die Luft. Der müsste auch eigentlich dabei fast schon so rufen, so. Und dann bezwingt er seinen Kontrahenten und sagt, ich werde auch alles tun. Und Simon, bin ich der Einzige, der diese Szene ein bisschen merkwürdig fand? Nee, du bist nicht der Einzige. Das ist auch eine merkwürdige Szene. Ist das eine der Szenen, die hinzugefügt wurden? Ja. Ja. Also, ich kann auch total verstehen, dass man die rausgenommen hat. Ja, genauso wie ich verstehen kann, wie man diese Riker und Troy Zwiegespräche, das war ja, glaube ich, auch nicht drin in der Originalfassung, wie man das auch rausgenommen hat. Das sind schon so Szenen, wo du denkst, wenn ich was schneiden würde, dann diese. Soll uns halt zeigen, der Riker möchte ja unbedingt sicherstellen, dass der PK das nicht persönlich nimmt, ja? Ja, was er hier tut. Ich glaube, Riker möchte mit der Szene einfach nur nochmal mit PK reden und sagen, wir sind jetzt Gegner, ja? Aber sonst ist alles okay, hoffentlich. Ja. Okay, ja, das soll er ja auch meinetwegen machen. Was ich daran so seltsam finde, ist, dass diese Fechtmetapher da bemüht wird. Aber dann lass doch auch bitteschön Riker gegen PK fechten und dass dann so diese Kontrahentendynamik eingefangen wird und nicht PK gegen einen Wildfremden, während der Riker da blöd daneben steht. Was soll das sein? Das ist schon richtig. Aber wenn die jetzt echt gefechtet hätten, dann hätte ich das auch ein bisschen dick aufgetragen gefunden, ja? Weißt du, du hast da so eine schwierige Geschichte jetzt, ja? Wo es wirklich um Leben oder Tod geht, wenn man jetzt Zeta als Lebewesen ansieht, was sie ja beide tun, obwohl sie unterschiedliche Positionen vertreten müssen. Wird es da fechten gehen abends? Das erinnert mich auch an dieses Klischee irgendwie, so diese Schachspieler, weißt du? Wo dann halt diese beiden, der Held und der Bösewicht, dann so Schach spielen und sowas. Ja, komm ey, das finde ich schon ganz gut, dass der Riker da nicht gestanden hätte. Das wäre mir zu dick aufgetragen gewesen, so, weißt du? Dann hätten sie lieber das Elektroschockspiel hier spielen müssen aus Never Say Never Again. Mit dem großartigen, also da zumindest Klaus-Maria-Brandau, ein meiner liebsten Bond-Bösewichte. Ja. Ja, passt schon irgendwie, ne? Also beide, PK sagt ihm auch, ich werde auch mein Bestes geben, mein Lieber. Und dann geht's los. Dann gibt es ja so eine Art Briefing erstmal. Ja. Was ich aber auch noch kurz erwähnen muss an der Stelle, also unser Bill, ja? Der wird ja schauspielerisch, wird eigentlich selten gefordert. Ja. Also Jonathan Freys Rolle ist ja hier meistens, der steht ja da und guckt manchmal und guckt überrascht und so. Guck mal überrascht und so. Ich finde in dieser Folge halt, da muss er ja was machen. Da muss er ja diesen inneren Konflikt, den er jetzt hat, den muss er ja so transportieren. Das macht er tatsächlich erstaunlich gut, finde ich. Also es hat mir echt gut gefallen, wie der das gespielt hat. Also wie der auch guckt und total gestresst und scheiße und leicht verzweifelt auch mit der Situation, dass er da wirklich kämpfen muss. Später ist er ja auch so am Recherchieren, wie Data aufgebaut ist. Und da freut er sich dann sogar erstmal so ein bisschen. Und kurz danach, nachdem er sich gefreut hat, denkt er, scheiße, ich habe mich gerade darüber gefreut, dass ich hier ein gutes Argument habe für meine Strategie. Aber eigentlich will ich das doch gar nicht. Und ich finde, das macht er echt gut, der Jonathan Freys. Das macht er schon gut. Es ist ein bisschen ulkig, dass er seine Emotionen so komplett an die Oberfläche trägt über seine Mimik. Das macht er ja oft und gerne. Und gleichzeitig kriegen wir gesagt, er ist der beste Pokerspieler. Ja, das widerspricht sich ein wenig. Das stimmt, ja. Aber es ist schon eine interessante Szene, wie er da im Computerraum steht. Ob er dann neben Herrn Kaufenstein da so reingegangen ist auch irgendwie. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, wir haben noch so eine Szene, wo Picard nochmal Datas Lebensgeschichte sich anhören will. So, jetzt erzähl mal, was ist denn mit dir? Und jetzt nicht nur so die blöde Zusammenfassung. Ich muss mal deine Wünsche, deine Gefühle, deinen Antrieb verstehen. Wenn ich beweisen soll, dass du keine Maschine bist, muss ich das irgendwie nochmal richtig begreifen können. Das ist auch eine der schöneren Szenen, die jetzt hier in der längeren Fassung hinzugekommen ist, finde ich. Absolut. Ja, wir haben es gerade schon erwähnt. Riker hat auch seine Hausaufgaben gemacht. Und jetzt trifft man sich dann in so einem Verhandlungsraum. Wie so ein kleiner Gerichtsraum ist das aufgebaut. Die Richterin, in Anführungsstrichen. Also Philippa sitzt da. Dann haben wir links ein Tischchen. Da sitzen Maddox und Riker dran. Also die Starfleet sozusagen vertreten. Und rechts Data und Picard. Der Anwalt mit seinem Mandanten. Und es ist selten so offensichtlich wie hier, dass man die Kampfbrücke einfach nur leicht umgestaltet hat, um die da hinzusetzen. Weil das sieht voll aus, als hätten sie eine Brücke genommen, so eine etwas kleinere und die dann da so zu gemacht. Das eine Set auf der Enterprise D, das ständig für etwas anderes herhalten muss und eigentlich so gut wie nie für seine eigentliche Bestimmung genutzt wird. Ja, das stimmt allerdings. Kam ja auch so bekannt vorher. Jetzt wo du es sagst, auf jeden Fall. Ja, es geht los. Also Riker bietet den Data jetzt in den Zeugenstand. Und da muss der Data sich jetzt identifizieren. Das macht man so in der Zukunft. Da legt man erstmal die Hand auf so einen Scanner irgendwie und dann wird vorgelesen. Auch eine relativ roboterhafte Stimme. Ja, also wir hören hier nicht den Enterprise Computer, der ja relativ normal mit ihm spricht so. Sondern wir hören eher so einen TOS-Roboter. Das ist Lieutenant Commander Data. Ja, aber so dieses Hand auflegen auf so ein leuchtendes Ding und dann kommt die Roboterstimme. Das haben sie eins zu eins aus Court Marshall, Kirk unter Anklage oder wie es heißt, übernommen. Und ich glaube, da haben sie sich bewusst mal zu einer Hommage hinreißen lassen, was sie ja selten machen wirklich. Ja, hat ja auch tatsächlich was mit der Handlung zu tun jetzt. Denn der Computer beginnt, Datas Auszeichnungen vorzulesen. Ja, der hat ja verschiedene Medaillen gesammelt. Die haben wir ja vorhin schon gesehen. Riker will das überspringen, will sagen, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles hören. Und dann sagt der PK, nee, 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 das müssen wir alles hören. Ja, Einspruch, das möchte ich alles hören. Weil das nämlich natürlich wichtig ist. Weil das natürlich zeigt, dass Data auch echt was geleistet hat schon. Und dann haben wir, nachdem wir all das erfahren haben, all diese, das impliziert ja auch so Heldentaten. Ja, und Heldentaten vollbringt natürlich nur ein Lebewesen. Wird Data mal nach der Definition eines Androiden gefragt. Und dann sagt er, ja, so ein menschenähnlicher Automat. Okay. 60 Trillionen Bits pro Sekunde. Habe ich das richtig verstanden? Kann der Data verarbeiten. Für die Informatiker da draußen. Ich würde mich interessieren, wie viel das tatsächlich ist. Ja. 60 Trillionen Bits pro Sekunde. Hinterher kommt raus, unser WLAN ist schneller hier. Pass auf. Also in Japan gibt es zum Beispiel einen richtig schnellen Computer acht Billiarden Berechnungen pro Sekunde. Ja. Naja, ist egal. Es klingt jedenfalls relativ schnell tatsächlich an. Während da so diese Leistungsdaten runtergerattert werden, macht unser William auch ein ganz großes Bohai daraus, dass Data ja von einem Menschen geschaffen wurde. Und das sagt er die ganze Zeit über so, als wäre die Tatsache, dass er von einem Menschen geschaffen wurde, schon ein Beweis dafür, dass er selbst kein Lebewesen ist. Wo ich denke, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Sachen. Das eine ergibt nicht das andere. Diese ganze Argumentation von Starfleet Seite aus, die ist ja auch total wackeligen Füßen. Und das zeigt das ja auch. Das sind ganz, ganz seltsame Argumente hier. Aber der Riker lässt ja jetzt richtig krachen in seiner Beweisführung. Sondern er holt dann erstmal so einen Metallstab irgendwie hervor, gibt dem das. Und der kann das halt verbiegen. Leider sieht man in HD, dass das so eine Schaumstoffwimmelquirke ist wieder irgendwie. Und kein so ein richtiges. Das sieht man da halt ein bisschen deutlich. Hätten sie mal so einen Soundeffekt da beim Verbiegen reingemacht. Sie haben beim Ablegen auf dem Tisch hinterher von dem Ding, haben sie so einen Soundeffekt gemacht, das sich schwer anhört. Irgendwie so. Mach das dann. Aber schön, ich wusste, dass du Wimmelquirke sagst. Deswegen steht es auch bei mir in den Unterlagen natürlich. Und es geht ja noch weiter. Riker sagt dem Dater, dann gib uns doch mal deine linke Hand. Die kannst du doch abnehmen. PK erhebt Einspruch, aber zieht den dann auch gleich wieder zurück. Und dann sehen wir, der Dater kann seine Hand so abmachen. Problemlos. Kann man daneben. Das macht ihm auch gar nichts aus. Und dann, Sebastian, das ist ja jetzt quasi so ein Crescendo irgendwie, was wir hier sehen. Und als Höhepunkt macht der Riker hier Daters Ausschalter, betätigt er und schaltet ihn so aus. Das ist der Beweis. Es handelt sich um eine Maschine und kein richtiges Lebewesen. Und jetzt tut der PK so, oh Gott, ey, ich bin geschlagen. Dem kann ich nichts entgegensetzen. Und da denke ich, wieso nicht? Ja, also wieso kommt jetzt hier so dieser Moment so als dieser Paukenschlag, so nach dem Motto, der Prozess ist verloren. Eigentlich hat der Riker ja jetzt nur Sachen vorgeführt, die alle schon längst wissen müssen, die auf der Hand liegen. Und wirklich ans Eingemachte, an die metaphysischen Fragen hat man sich noch überhaupt nicht rangewagt. Muss man ja aber doch, wenn man diesen Prozess begeht. Simon, warum ist das ein dramatischer Moment? Ich verstehe es nicht. Ja, weil der Bill hat das halt so schön gemacht irgendwie, ne? Ja, ja. Und vielleicht ist es auch, ich meine, guck mal, der Riker, der fühlt sich ja auch schlecht, nachdem er das gemacht hat. Nachdem der Data, Data wurde ja da gedemütigt jetzt. Erst muss er da irgendwie so einen Hampelmann machen für die Anwesenden und die Stange da verbiegen. Dann muss er, tatsächlich wird ihm Arm abgenommen, ja, er wird verstümmelt und am Ende wird er noch ausgeschaltet. Einfach so. Und ich glaube, der PK guckt eher deswegen so aus der Wäsche. Die schämen sich dafür, was sie gerade da gesehen haben. Ja, okay. Und Riker schämt sich auch dafür, dass er das halt machen musste. Dass Rikers Verteidigungsstrategie trotzdem nicht besonders gut ist, das ist natürlich, stimme ich dir zu. Aber er hat es ja irgendwie auch so machen müssen, dass Picards alte Flamme da ihm so abkauft. Ja, ja, da komme ich gleich nochmal oder nachher nochmal zu. Du hast recht, ja. Jetzt sehe ich ja alles, aber gut, für den Zuschauer soll jetzt alles verloren aussehen, ne? Der Prozess, das ist, oh, das ganze Haken. Zum Glück gibt es ja eine Person an Bord der Enterprise, Simon, die dem PK den Mut, den er jetzt komplett verloren hat, wieder zurückgeben kann. Natürlich, und zwar ist das der Barkeep, die Barkeep, um genauer zu sein. Geinen. Wir sehen den Riker da sitzen, trinkt einen Earl Grey. Den Jean. Den Jean, natürlich, den Jean sehen wir da sitzen. Verzeihung, der trinkt einen Earl Grey. Eigentlich hätte ich es besser gefunden, wenn er da so einen Schnaps getrunken hätte oder so was, weißt du? Oder so ein Whisky, einfach so. Und der ist jetzt natürlich, bei dem halt das noch nach, was wir gerade gesehen haben. Und sagt der Geinen auch, das war vernichtend, was der Riker da gemacht hat. Er hat fast mich überzeugt. Ja, und was sagt die Geinen da drauf? Ja, sie sagt, hör mal, das ist überhaupt nicht die Debatte, über die wir gerade sprechen. Wir müssen jetzt hier mal größer denken. Wenn Data vervielfältigt wird, da haben wir ja auch schon anfangs drauf angespielt, schaffen wir eine Armee von Wegwerfleuten. Sie sagt zwar nicht Sklavenrasse und als PK sagt, du sprichst von Sklaverei, da sagt sie auch so, nein, nein. Aber sie meint nicht, nein, nein, sie meint schon, ja, ja, genau da wollte ich dich eigentlich hinbringen. Und das ist hier die wirkliche Frage. Wie gehen wir theoretischerweise mit einer solchen künstlich erschaffenen Rasse denn um, wenn wir sie uns jetzt auf diesem Wege zulegen? Es geht hier nicht nur um Datas Rechte, sondern es geht darum, dass die Menschheit, wir haben ja jetzt in Next Generation ganz oft behauptet, die Menschheit ist komplett fortgeschritten. Fortgeschritten, super drauf, ja, gibt es nichts mehr dagegen zu sagen. Aber jetzt kommt die Menschheit auf den Prüfstand, weil sie sich daran zu messen hat, wie gehen wir mit so einer neuen Lebensform um. Ja, PK checkt nun, genau so muss er auch argumentieren vor Gericht, weil das ist halt auch viel klarer irgendwie und eine viel klarere Antwort auf diese ganze Frage. Und deswegen hat ihm das natürlich sehr geholfen, dieser Besuch bei Gein, ne? Bei Gein hat ihm eigentlich das gesagt, worauf er auch, glaube ich, selber gekommen wäre, der PK. Worauf er eigentlich von Anfang an auch schon gedacht hat, aber gut, haben wir mal Gein wieder dabei, ist ja auch gut. Und jetzt hält der Riker, also das Gericht tritt wieder zusammen und jetzt hält der Riker, der PK so ein kleines Eröffnungsplädoyer, bevor er dann loslegt. Eigentlich hat er da schon gewonnen. Eigentlich hat er da schon gewonnen, ja. Aber noch recht ahnt so keiner, wo die Reise hingehen wird. Deswegen wird es natürlich noch durchgespielt. Endlich sagt er das, was ich schon in der letzten Szene gedacht habe. Ein Mensch hat Data gemacht, das ist völlig egal. Kinder werden auch von Menschen gemacht. Richtig. Und da denke ich schon, ja, Mensch, endlich bist du mal wach geworden, Junge. Und sagst die Sachen, wo ich gerade dachte, warum hältst du denn nur die Klappe? Und jetzt ruft er erneut Data in den Zeugenstand. Und jetzt, Simon, jetzt wird ja wieder die Tasche ausgepackt, die vorhin eingepackt wurde. Genau. Interessanterweise grinst der Riker hier teilweise schon so ein bisschen, weil auch der hat gecheckt. Also man sieht immer so kurz, wie er sich so ein bisschen freut, dass er jetzt auf die Verliererstraße eingebogen ist. Sebastian, die Tasche natürlich. Jetzt sehen wir das alles nochmal, nämlich die Orden, die ihm verdient wurden. Hier, hallo, der hat die eingepackt. Warum hast du die eingepackt? Sagt Data, weiß ich nicht, weil es war mir wichtig. Na, du bist stolz darauf, was du da verbracht hast. Eine menschliche Emotion. Und hier, was hast du da? Ja, das ist ein Buchgeschenk von Ihnen, Käpt'n. Das erinnert mich an unsere Freundschaft und an das Dienstpflichtgefühl. Noch eine Emotion. Ja. Und dann kommt das ganz dicke Ei. Das ganz dicke Ei, nämlich dieses Hologramm von Tasche, ja, diese Erinnerung. Warum hast du das noch? Und dann sagt Data ja auch erstmal, da möchte ich ehrlich gesagt nicht drüber sprechen. Das ist ja auch so ein Satz, die so ein Putzautomat, das würde so ein Putzautomat nicht sagen. Ein Hausmeisterautomat oder was auch immer. Ja, peinliches Unbehagen. Eine Emotion. Emotion, ne. Und dann sagt er, wir waren intim miteinander. Da wird die Philippa kurz eingeblendet. Huch, aufgemerkt, intim. Fand ich so ein bisschen lustig geschnitten. Achso, ja, dann ist für mich der Fall auch klar. Ja, Buch, wie gesagt, Freundschaft, Erinnerungen. Ja, und Liebe. Und Liebe, genau. Und er hatte ja auch nicht von jedem irgendwie ein Hologramm dabei, sondern eben nur von Tasche, weil Tasche ihm so viel bedeutet hat. So, das war jetzt so schon eigentlich der erste Streich von Picard. Ja, jetzt geht es in den Endspurt. Er ruft den Maddox in den Zeugenstand als feindlichen Zeugen. Und da, wo vorhin der Dater noch richtig ausführlich, also da gab es ja richtig den Einspruch, als die Auszeichnungen runtergerattert wurden, Picard unterbricht, als die Errungenschaften des Maddox runtererzählt werden. Und Riker sagt dazu nichts. Der hat nämlich hier schon, der hat jetzt hier auch schon eingepackt. Und eigentlich müsste Philippa Levoire noch mal sagen, Herr Riker, bleiben Sie bei der Sache, ziehen Sie das Ding mal vernünftig hier durch. Ich habe Sie da vorhin drum gebeten. Erinnern Sie sich an meine Warnung. Aber nein, wird schön abgebrochen. Es gibt kein Kreuzverhör. Also es gibt halt nicht dieses klassische, der eine stellt eine Frage, der andere stellt eine Frage. Also es gibt es nicht. Ja. Und gleich kommt noch was ganz Unerhörtes, wo ich denke, was? Aber kommen wir gleich zu. Ja. Wir hören mal kurz das Daystrom-Institut. Können wir uns mal ganz kurz erinnern an Dr. Richard Daystrom, den Erfinder des M5-Computers. Der Verrückter war am Ende als eine Scheißhausratte. Trotzdem heißt hier ein Institut wie er. Richtig. Ja. Ja, und dann legt Pigard los und geht das auch noch mal durch. Natürlich hier, was macht denn jemand zu einem Lebewesen? Dann hören wir halt Intelligenz, ja, das ist ein Faktor, ein Kriterium. Selbstbewusstsein, ja, das Zweite. Und das Dritte? Das Dritte ist ein Bewusstsein, ja. Bewusstsein. Ich habe mich auch echt schwer damit getan, weil du sagst es auch gerade Selbstbewusstsein. Ich habe gedacht, wie übersetzt man denn die Begriffe? Self-Awareness und Consciousness, sodass sie einen Unterschied irgendwie ergeben. Genau, genau, das war auch, glaube ich, mein Problem, so ein bisschen, ja. Ja, ich habe jetzt hier, ich habe auch länger darüber nachgedacht und dann am Ende in meine Notizen geschrieben. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Das eine ist Selbstwahrnehmung im Sinne von die Möglichkeit zur Reflektion und das andere ist eben Bewusstsein. Die Möglichkeit zur Reflektion, ja, damit kann ich gut leben, ja. Das ist auch, glaube ich, gemeint hier. Und dann erklärt der PK dem Maddox ja auch nochmal richtig, hier siehst du, das hat er doch. Ist er intelligent? Natürlich ist er intelligent. Kann er reflektieren? Natürlich kann er reflektieren. Anhand der Beispiele, die wir gerade gesehen haben, ne. Und währenddessen wird ja auch der Maddox, dem wird ja immer unbehaglicher da auf dem Zeugenstuhl. Der merkt, dass ihm die Fälle wegschwimmen. Und bevor man jetzt zum dritten Kriterium, nämlich zum Bewusstsein kommt, fragt er, magst du eigentlich Data, Maddox? Ja, und dann kommt nämlich der Punkt, warum der ihn überhaupt so auseinandernehmen will. Ja, ich kenne ihn auch gar nicht. Ich bewundere ihn vielleicht, ja. Und so nach dem Motto in Klammern, ja, wenn er dein Freund wäre, dann würdest du mit der ganzen Scheiße hier gar nicht um die Ecke kommen auch. Aber dann packt der PK den Geinen-Faktor aus und bringt nochmal quasi diese ganze Diskussionsschleife, die vorhin in der Bar aufgemacht wurde. Genau. Eigentlich, worüber wir hier sprechen, ist, dass wir Androiden vom Sung-Typus hier erschaffen würden. Wir würden eine neue Rasse tatsächlich erschaffen. Eine Rasse mit Bewusstsein, die dann Eigentum wäre von Starfleet. Und er hat ja gerade gesagt, Data erfüllt all das, was ein Lebewesen eigentlich ist. Und wir würden eine Rasse dieser Lebewesen erschaffen, die wir, ja, das wäre dann halt eine neue Sklaverei. Und das ist nicht das, wofür die Föderation steht. Das ist nicht zu machen auf der Basis der Grundsätze der Föderation. So, Sebastian, da ist es. Und dann kommt, dann packt er so diesen Hammer noch aus, nochmal so dieses i-Tüpfelchen, indem er nochmal fragt, was ist denn Data jetzt? Eine Maschine. Ja, sicher, der hat schon zwei der drei Kriterien erfüllt. Was, wenn auch nur ein Fünkchen Bewusstsein da ist, das können wir doch gar nicht beurteilen. Und dann kommt dieses, dieses wunderbare, wissen Sie es oder Sie oder Sie? Das ist ja dann das, dieses Show-Tune quasi. Herrlich, das ist, da ist der Geist des Matlock in ihn gefahren oder irgendwie so. Ja, genau, genau, Andy Griffith, der hat sich mal kurz im Grab umgedreht, glaube ich, als wir das heute geguckt haben wieder. Ja, das ist halt das hohes Gericht. Sind Sie bereit, den Data da nur als Diener zu sehen, in die Sklaverei zu schicken? Starfleet wurde nur gegründet, um neues Leben zu finden, ja, neue Kontakte zu knüpfen. Und hier haben wir ein neues Leben gefunden. Da ist es, da wartet es. Mensch, so eine richtige PK-Rede. Hat er noch nicht so viele gemacht, aber hier haben wir mal so eine. Und jetzt geht auf einmal Levois über zum Urteilsspruch. Und ich denke mir, ja, wenn doch das hier alles vernünftig gemacht werden soll und alles eingehalten werden soll und wenn sich vor allen Dingen der Riker anstrengen soll, dann muss der mal auch ein genauso leckeres Schlussplädoyer eigentlich halten. Sonst ist da faul zu rufen. Das macht er aber nicht. Nee, macht er nicht. Das ist auch keine richtige Gerichtsverhandlung hier, was wir hier sehen. Und das ist aber auch ein Logikfehler eigentlich, weil die Entscheidung, die hier getroffen wäre, die wäre irgendwie endgültig gewesen. Der Data, der würde sofort mitgenommen werden, auseinandergenommen werden. Ich verstehe auch diese ganze Dringlichkeit dieser Anhörung nicht. Wenn da wirklich Einspruch erhoben wird und die Philippa ist ja nicht doof, die weiß ja, um was es hier geht und dass das eine wichtige Entscheidung ist, ja, da muss man das doch vertagen. Da muss man doch sagen, okay, wir machen das hier vernünftig. Wir machen vernünftige Verhandlungen, ja, wo wir Experten laden, wo wir Philosophen laden, wo wir andere Wissenschaftler laden. Oder wir beenden das alles von Anfang an, weil wir sind die Föderation. Sag mal, warum reden wir eigentlich über diesen Scheiß? Ist doch klar, dass der lebendig ist. Deswegen haben wir doch schon eine, man durfte ja eine Offizierskarriere machen. Diese Unsicherheit, die da plötzlich herrscht, die finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar. Das ist ein bisschen was aus meinem Fazit jetzt schon, aber das muss ich jetzt mal hier anbringen an der Stelle. Ja, ist völlig richtig. Denn sie sagt ja jetzt auch, ich fühle mich überfordert, so metaphysische Fragen. Wir bräuchten eigentlich mal Philosophen hier. Und dann denke ich, ja, verdammt nochmal, dann holt euch Philosophen her. Dann los. Oder macht das los. Oder macht, wo sind sie denn hier? Die sind ja quasi auf dem Sternenflotten-Äquivalent von Wangerooge, ja? Fahr nach Berlin, ja? Erstmal. Und macht das da klar. Also, okay. Gut, aber sie muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Eigentlich kann ich das hier alles nicht beantworten. Aber was ich weiß ist, ja, Delta ist eine Maschine. Ist er Eigentum von Starfleet? Nein. Nein, wir haben uns die Frage gestellt, ob Delta eine Seele hat. Das weiß ich nicht, ob er die hat. Ich weiß nicht, ob ich eine habe, sagt sie. Das gefällt dem Pika wahrscheinlich. Ja. Aber das kann ich auch gar nicht entscheiden. Das muss er selber entscheiden. Diese Frage muss er selber beantworten. Und deswegen entscheide ich mich dafür, dass Commander Delta entscheiden darf, was mit ihm passiert. Sie spricht ihm also diese Rechte, diese grundsätzlichen Menschen, Völker, Speziesrechte, wie auch immer das da heißt, in der Zukunft zu. Und siehe da, da ist Datas Status tatsächlich geklärt worden von so einer kleinen Backwater-Anwältin, die dann da so rumsitzt und eigentlich gedacht hat, ihre Karriere ist vorbei. Jetzt hat sie mal so eine richtige Bombshell werfen dürfen. Aber sie hat ja auch die richtige geworfen, ja. Hat sie, genau. Delta steht auf, geht zu Maddox. Für einen kurzen Moment befürchtet man, der will ihm jetzt die Hand reichen oder so. Aber von wegen. Delta sagt ihm, jetzt nochmal formal. Kannst du mitschreiben? Deine Scheiße mache ich so nicht mit. Aber er ist ja auch ein fantastisches Lebewesen, denn er sagt, wenn du weiter bist, melde dich ruhig nochmal. Dann überlege ich mir das vielleicht. Ja, diesen Versöhnungsaspekt, den fand ich ein bisschen kitschig. Ich finde nicht, dass der Maddox verdient hat, dass man auf ihn zugeht. Weil der Maddox, auch wenn er vielleicht irgendwann mal da weiter ist und sowas bauen kann, oder auch wenn man für ihn ist, ja, für sein Ansehen, ist und bleibt ein Arschloch. Ja, natürlich. Richtig. Er wendet sich aber jetzt hier ja auch nochmal, was ein bisschen unrealistisch ist. Total, ne? Jetzt kommt diese richtig, diese Saulus-Paulus-Metamorphose. Der sagt, Delta ist so bemerkenswert. Er ist fast schon emotional berührt und er nennt ihn das erstmal ein R anstelle eines S, ja. Richtig. Und Simon, in den nicht-kanonischen Romanen, das habe ich nur nachgeschlagen, das weiß ich nicht, weil ich so weit gelesen habe. Ich war dann ja irgendwann mal raus. Da wird Maddox viele Jahre später zu einem Advokaten, der für die persönlichen Rechte von Datas Bruder B4 kämpft. Also, das ist keine 180-Grad-Wendung, das ist einfach wirklich schon ein biblisches Wunder, was dort mit ihm passiert. Ach Sebastian, ich hatte doch diesen ganzen B4-Mumpels vergessen und jetzt hast du mir das wieder präsent gemacht. Ja, tut mir leid. Gut, aber wir sind noch nicht bei Nemesis, das dauert noch ein bisschen. Ja, aber schon, ne? Fand ich auch ein bisschen komisch, dass der Maddox, und ich weiß auch nicht, ob ich ihm das abkaufe, dieses, ja, er sagt er und he's remarkable, aber das klingt auch wieder wie, aus seinem Mund klingt das irgendwie wie, oh, dieser OLED-Fernseher, der hat so einen fantastischen Schwarzwert. Ja, okay. Gut, schauen wir mal. Philippa verabschiedet sich, möchte nochmal Dinner haben mit PK. Ja, denn nachher, weißt du, da wird nochmal ordentlich geknattert, glaube ich. Das glaube ich aber auch. Du, wir haben letzte Woche gesagt, Clark und Bill, ja, super Team, hätte ich gerne nochmal wieder gesehen. Ich muss sagen, hier, Jean Lippa, das ist ein bisschen so wie Brangelina. Ja, super gut. Die beiden fand ich gut einfach miteinander. Ja, war Chemie, hatten auch die beiden Darsteller tatsächlich auch eine gewisse Chemie miteinander, ne? Absolut, dass sie sie nie wieder geholt haben, ist auch schon ein kleines Verbrechen, ehrlich gesagt. Finde ich auch. Jetzt gibt's Party, Sebastian. Jawohl. Riker. Das haben wir uns verdient. Der Riker muss jetzt natürlich erstmal, der braucht jetzt eine Katharsis nach dieser ganzen Sache. Ja. Der muss jetzt von Data nochmal das erklärt bekommen, was ihm eigentlich schon längst klar sein müsste, weil es ja auf der Hand liegt. Der sagt, ich hätte dich fast dein Leben und dein Alles gekostet. Und Riker hat so das Gefühl, dass er richtig einen Pakt mit dem Teufel gemacht hat. Aber Data sagt, hör mal, du hast einen Teil deiner selbst aufgegeben, um mein Leben zu retten. Und ohne diese vernichtende Verteidigung wäre ich ja so oder so mit demontiert worden. Also das hat dir echt wehgetan, um mir zu helfen. Und das weiß ich wertzuschätzen. Und jetzt komm mal mit, wir gehen einen trinken. So sieht's mal aus. Da freut sich der Riker. Und da ist das Verhältnis jetzt einfach auch wieder hergestellt. Riker grinst auch wieder. Der sagt, Mensch, du bist ein weiser Mann. Aber Data sagt, naja, ganz so ist es noch nicht. Aber ich lerne. Ich hab ja dich auch so als Hilfe. Und ach, alles hier Bromance und sowas. Wunderbar. Man geht jetzt schön aufs Holodeck, um das zu feiern. Das Leben zu feiern. Data zu feiern. Und die Faschisten haben nicht gewonnen. Fantastisch. Kann man ja mal du zu sagen. Genau. Ja, richtig. So sieht's aus. Ja, Sebastian, damit sind wir am Ende von The Measure of a Man. Ja. Bemerkenswerte Folge. It's remarkable, würde Maddox sagen. It is remarkable. Aber gefällt sie uns auch? Das, mein lieber Sebastian, möchte ich dich jetzt mal fragen. Wie findest du The Maddox of a Man? Er hat jetzt fast gesagt. The Measure of a Man. The Measure of a Maddox. Ja. Also, das wird ja immer die Episode, die steht ja auf vielen besten Listen. Von ganz vielen Star Trek Fans. Auch die Schauspieler und die Macher. Allen voran Rick Berman, Michael Piller, Patrick Stewart und Marina Sirtis. Die werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass das einer ihrer absoluten Lieblinge ist. Alle sagen auch immer, hier haben wir so eine Data Episode. So eine richtige Data Episode. Aber eigentlich geht es zwar um Data. Und er ist der Auslöser. Und er sitzt dann da rum. Und man spricht über ihn. Aber das hier ist für mich eine PK Episode vorrangig. Und zweiter Sicht vielleicht auch so ein bisschen eine Riker Episode. Es geht eigentlich darum, wie gehen die beiden damit um. Und man stellt einfach, wie es bei Star Trek ganz oft der Fall ist, ein großes Fass in die Mitte. Man macht so ein richtig großes Fass auf, wo eine ethische Problemstellung drin ist, die zu klären ist in dieser Folge. Also von daher gesehen ist es ganz, ganz klassisches Star Trek. Das wird ja sehr, sehr oft gesagt, dass Star Trek die Serie ist, die sich mit solchen Dingen befasst. Stimmt oft auch gar nicht. Oft ist es auch einfach eine Science-Fiction-Abenteuer-Serie. Das ist auch oft genug einfach der Fall. Aber ja, das hier ist eine dieser Episoden, wo man ganz gerne darauf zeigt und sagt, guck mal, das ist Star Trek. So funktioniert Star Trek. Die Fragen, die gestellt werden, sind hochinteressant. Die Art und Weise, wie wir da durchgebracht werden, ist teilweise ein bisschen vereinfacht, weil die Charaktere bewusst ein bisschen begriffsstutziger geschrieben werden, als sie eigentlich sind. Man hat so das Gefühl, die haben noch nie darüber nachgedacht, was mit Data ist. Und jetzt müssen sie erst mal drauf kommen. So ganz langsam müssen sie sich das erarbeiten. Geinen muss echt was sagen. Man muss wirklich nachlesen, sich damit auseinandersetzen. Und natürlich ist das vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, weil die Charaktere ja eigentlich viel klüger sind, als sie hier erscheinen. Aber andererseits nehmen die Charaktere in diesem Moment die Rolle des Publikums ein. So nach dem Motto, wir spielen das jetzt mal durch, dieses moralische Dilemma. Und dazu müsst ihr jetzt einfach mal euch anfangs ein bisschen dümmer stellen, damit wir alle am Ende ein bisschen klüger sind. Dann ist es ein Riesenhaufen Lore und ein Riesenhaufen, ohne jetzt auf den Androiden Bruder anspielen zu wollen. Also es ist einfach, es bringt diese Data-Geschichte weiter. Es spitzt diese Data-Geschichte zu. Und es ist von allen Seiten her wirklich hervorragend gespielt. Sie haben sich sehr, sehr große Mühe gegeben. Und am Ende komme ich dann halt dabei raus, ja, das ist wohl ein Teil der Essenz von Star Trek. Und ja, die Tatsache, dass manches hier einfach und ein bisschen dumm ist, ist einfach auch der allegorischen Natur Star Treks geschuldet. Denn das ist auch Star Trek. Und das gehört einfach irgendwie alles dazu. Und es ist eine runde Sache, Simon. Das sieht man ja auch daran, dass diese Episode mehrfach thematisch nochmal fortgesetzt wird demnächst. Dass das einfach etwas berührt hat, etwas angestoßen hat, dass es irgendwie wichtig ist. Und deswegen gebe ich den Daumen nach oben natürlich diese Woche. Aber ich glaube, das war auch keine große Frage für mich, als ich in diese Folge reingegangen bin. Definitiv nicht. Ja, sehr schön. Schön eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist eine Folge, die kannst du jemandem gucken, der hat noch nie Star Trek geguckt. Du kannst ihm wirklich sagen, guck mal, das ist Star Trek. Wenn ich jetzt mir Datas Sherlock Holmes Lupe schnappe und auf diese Folge gucke, klar, haben wir darüber gesprochen. Da gibt es ein paar Sachen, wo du denkst, komm, eigentlich, also wenn du zu genau hinguckst, dann zerfällt es auch so ein bisschen. Weil du denkst, eigentlich hätte in so einer Föderation, die so weit ist eigentlich, ja, die so inklusiv ist auch, das wäre überhaupt schon durch gewesen, das Thema eigentlich, ne. Das finde ich aber alles gar nicht schlimm, weil welche Serie, wenn nicht Star Trek, kann so eine Geschichte eigentlich erzählen, ja. Und hat das auch zum damaligen Zeitpunkt, als das so rauskam, in dieser Form erzählt, ja. Und hat so eine Frage einfach mal dahingestellt in 45 Minuten in der Woche. Das regt zum Nachdenken an. Ich mag Gerichts, ich habe da eine Schwäche für, so Gerichtsverhandlungen, gucke ich mir gerne an einfach, weiß auch nicht warum. Und die müssen auch dramatized sein, ja. Ich will mir keine echte Gerichtsverhandlung, weil diese zu 90 Prozent sterben ist langweilig. Und ich möchte auch keine, wie heißt sie, Barbara Salisch oder wie die alle heißen da, weiß ich nicht. Das ist ja ganz, ganz schrecklich und sowas, aber so richtig geil gefilmtes Gerichtsfernsehen und so, finde ich super. Und das ist hier auch drin. Für mich ist The Machine of Man auch wieder eine von diesen Folgen, das sind so Meilensteine, die Star Trek setzt. Und wo man halt nochmal auf so ein anderes Niveau irgendwie kommt, ja. Es gab in der Vergangenheit schon gute Folgen, aber das war einfach rund. Man hat da irgendwie einen Rhythmus gefunden. Ja, es gibt einfach, man muss es wirklich so sagen, es liefen zu der Zeit damals Sachen im Fernsehen, die haben Fernrohre gebraucht, um auf dieses Niveau zu gucken. Ja, das stimmt. In erzählerischer Hinsicht. Und alles, was du gesagt hast, würde ich so unterschreiben auch. Und von daher ist es für mich eine wichtige Folge. Ich fand die schon immer super, gehört auch tatsächlich zu meinen Lieblingsfolgen, trotz einiger Schwächen. Und da geht der Daumen auch nach oben. Ist doch klar. Wenn ich bei dir folge, dann wäre er ja auch albern jetzt. Das wäre albern, Simon. Das wäre albern. Ja, wir müssen aber, glaube ich, noch über den, nicht den Elephant in the Room sprechen, sondern über den Landarzt im Zimmer. Pass mal auf, der Landarzt, dem hätte die Folge, glaube ich, gefallen. Ja. Der hätte gegrummelt, ja, ein bisschen auch teilweise. Wäre auch ein bisschen schlecht gelaunt gewesen zwischendurch. Aber am Ende hätte er gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Und dann hätte er uns erst mal, Medizinkabinett hätten wir schön mit ihm angestoßen. Also ich finde, den kann man da schon auspacken. Aber wir haben ja gesagt, da müssen wir beide von überzeugt sein. Also ich will bringen, du musst dich da entscheiden. Wenn du sagst nein, kann ich damit leben. Doch, ich möchte aber auch den The Forrest Kelly Award in diesem Fall tatsächlich geben. Auch wenn ich schwächensee. Wir haben ja sonst gesagt, der ist für die uneingeschränkten Klassiker eigentlich reserviert. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir bei so einer verrückten Folge wie Conspiracy, die uns ganz persönlich einfach nur einen Riesen-Spaß macht, den The Forrest Kelly bringen, dann müssen wir aber auch der Fairness halber es bei Folgen machen, wo wir einfach sagen, guck mal, das hat auch die Next Generation als solche weitergebracht. Weil das ist ein Schritt nach vorne für die Serie. Das ist halt eine subjektive Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich halte die voll. Auch Klassiker dürfen Schwächen haben, Sebastian. Ein Film, den wir oft erwähnen hier, Disney's The Black Hole. Der hat einen Haufen Schwächen, dieser Film. Viele sagen auch, der ganze Film ist eine Schwäche. Ist trotzdem ein Klassiker. Also von daher, das ist, ich glaube, den Landarzt, der The Forrest, der kann hier mal reinschauen. So, der The Forrest Kelly Award, den gab es auch noch oben drauf auf diese Projekte. Das ist eine großartige Mammut-Folge. Fantastisch. Aber Simon, das war ja noch lange nicht alles. Denn wir haben uns ja heute die Frage gestellt, wem gehört Data? Aber wir haben es auch in der letzten Folge schon mal durchblicken lassen, weil Weihnachten kurz vor der Tür steht, gehen wir noch weiter, noch tiefer in das KI-Thema rein. Und am Freitag vor der nächsten Folge stellen wir uns die Frage nicht, wem gehört Data, sondern von wem stammt Data eigentlich ab? Genau. Es gibt eine Sonderfolge, eine Trick am Freitag-Folge. Lasst euch einfach überraschen. Uns lässt es nicht los, das Thema Androiden und Mensch werden und so weiter. Wir haben es ja schon gesagt, was es ist. Wir haben es gesagt, wir haben es gesagt, ja. Deswegen, wenn ihr es euch noch angucken wollt bis dahin, das Ding heißt auf Englisch The Quester Tapes und auf Deutsch heißt es, weil es tatsächlich verrückterweise Ende der 70er in der ARD in einem Science-Fiction-Programm mal ausgestrahlt wurde spätabends, hieß es, ein Computer wird gejagt. The Quester Tapes, ein Computer wird gejagt. Das gibt es am Freitag, heute in drei Tagen. Genau. Und Simon, was besprechen wir denn am nächsten Dienstag, an Heiligabend? An Heiligabend? Was ist unsere Weihnachtsfolge, Simon? Wird es ein Weihnachtswunder geben? Ob es ein Weihnachtswunder geben wird, weiß ich nicht, Sebastian. Weihnachtlich ist die Folge nicht, aber sie heißt, ich kann nicht sagen, wie sie heißt. Sie heißt The Dolphin. Ja. Auf Deutsch? Ja, auf Deutsch die Thronfolgerin. Die Thronfolgerin, das klingt doch schön. Wir haben so lange nichts von Wesley gehört. Jetzt wird es mal wieder Zeit. Ja. Mensch, ihr Lieben, damit sind wir am Ende. Eine etwas längere Folge, glaube ich. Ja. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr im Vorweihnachtsstress. Jetzt, wo wir das aufnehmen, da geht das so langsam los, aber noch nicht richtig. Das kommt noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt schon irgendwelche Geschenke, die ihr kaufen wolltet. Ihr könnt die Zeit auch nutzen, um euch ein wenig zu besinnen, ein wenig zu beruhigen. Vor allen Dingen Zeit mit euren Lieben zu verbringen. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht. Glaubt mir, ich habe es ja am Anfang der Folge schon angedeutet, in einer guten Bekanntschaft auch wieder so ein Fall. Da werden die eigenen Probleme ganz, ganz klein. Deswegen drücke ich euch die Daumen, dass ihr einfach gesund seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kann ich auch nicht mehr viel hinzufügen, außer Simon, Dankeschön für eine wieder etwas längere Folge von Trek am Dienstag. Das war schön. Mensch, war das schön. Das fand ich auch schön. Ja, das war auch nötig in diesem Sinne. Sebastian, ich freue mich schon aufs nächste Mal und ihr da draußen, schreibt uns eure Kommentare. Zückt die Daumen und die Bewertungen und so. Ihr wisst ja, wie es geht. Wir sehen uns wieder am Freitag, wenn ihr mögt, aber alle spätestens nächste Woche Dienstag. Bis dann, Sebastian. Tschüss. Tschüss, Simon. Eine Trek am Dienstag 2019 Produktion.